Was? Ich zahl keine 33 Euro. Na, das ist ein anderer Scheiß. Hör auf! Mir reißt das Trommelfeld. Ja, was soll ich jetzt machen? Da ist schon alles. Das war schon. Was soll ich da machen? Jetzt liegt es so vorne. Doch, was soll ich jetzt machen? Externer Download. Externer Download, 1,6. Ja. Gigabyte, Gehost. Ja. Hallo, 1,3. Ja, servus, Sepp. Ja, ja. Dann musst du auf Installieren. Und auf Ja und auf Ja. Nein, nicht auf Das. Nein, na, na, na. Ist das falsch? Das war Werbung. Und das war Werbung. Ist fast nicht. Na, 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 schnell weg! 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 Weg da oben! Ja, na, na, nicht das! Das ist nur die Website, nur den Task. Ja, das! Ja, das! 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 unsichere seite die andere macht er nicht auf das ist komisch ja weil das nicht aufmacht ganz einfach weil zu unserer seite müsst ihr andere aussuchen das war scheiß ich geh jetzt ein paar mal zurück so zimmer wird bei der kategorie kategorie ja aber jetzt nicht wieder so eine die kommunikation der vor kategorie maps und gebäude warum wir mal maps und gebäude vierfach maps nein das machen wir jetzt nicht mehr na das sind andere du warst gerade auf einer spezifischen web drauf vor die vierfach maps aber da gibt es 361 verschiedene später vertrau mir und das ist nicht unsicher da kriegst du kein virus er lasst mich gleich gar nicht rein also wie gesagt das ist nicht von windows das ist eine spaßanzeige seit wann ist amazon eine unsichere seite ja selbst warum irgendwas anders aber das ist amazon kauf aber nix na musst du auch nicht aber ja keine ahnung das ist halt der bach holt holt welche äh weiter oben gehen wir noch mal rauf gehen wir grad weiter oben auf und auch doch aber aber auch auch machen das auch Hallo? Das ist nicht das schon mal. Neues Headset, oder? Ja. Ja. Eventuell. Hallo? Hallo? Du mein Headset wieder? Ja. Hey, das sagst du nicht mehr. Ja, das sag ich noch einmal. Du legst mich hinter die Leife. Baaah. Und jetzt ganz nah auf. Ganz nah auf. Wo noch? ZARA, LARA und TAMARA. ZUNO. Ja. Und dann klickst du nur zu früh das Maßvierfach. Jawohl. Was? Ja. Ohohohohoho. Was ist das? Da, da, klickst du drauf auf das große Beul. Dann oben. Ja, ja, da. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, Friesische Marschvierfach. Ja, Frieseland. Warum Nordfriesisch? Wir haben doch Bayern auch. Ja, das ist Bayern. Such mal drauf. Dann Bayern halt. Ja, dann, dann lassen wir's bleiben. Gut. Servus. Wie machen wir die Bayern? Ja, weil wir wohnen in Bayern. Da sind wir schon. Krausi-Bulloch von. Krausi-Bulloch brauchen wir. Nicht wie die Bayern. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir so wollen wir nicht. Jetzt, äh, zum Download, da war's doch gesandten OEF nicht. Sarah. Sarah und Tamara. Da steht immer Start, klar. So, auf Download klicken. Da geht nix, da steht nix auf und Download. Da geht nix, da steht nix auf und Download. Da geht nix auf und Download. Da geht nix auf und Download. Da, da, ja. Download, da. Download, da. Download, da, grad. V1.9 ohne, äh, Geldkassetten, oder? Ja, Geldkassetten und Vermehrungsgras. Ja. Der da. Na, du, da. Na, du, da. Nee, weil der hat sieben, wieso Mitte, das ist Geldkassetten und Vermehrungsgras. Ja, Vermehrungsgras ist geil, weil dann, dann wächst das Gras, das geht dann so rüber, das ist geil. Und Geldkassetten sind sowieso geil, weil dann kann man gut Geld visuell darstellen. Ja. Schauen wir mal, was er macht. Ja. Ah, ja, das ist von einer andern Website gehostet, glaub ich. Das ist eine gute Website. Ja, schauen wir mal, das ist eine gute Website. Ach, ja. Jetzt muss er frei downloaden. Ja. Was macht die da die ganze Zeit? Pupsi Pupsi. Pupsi Pupsi. Du simon installieren. Ausführen. 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 Jetzt. Was ist das? Das ist schon dafür. Das Megaffe brauchst, ne? Wegdrucker. Ja, ja, das mach ich. Wollte ich. Das ist unten in der Taskleister rechtsklick und dann drückt man rechts mit dem rechten. Na, auf das Megaffe unten. Nicht das. Na. Das war falsch. Jetzt ist das TeamViewer weg. Ach so. Oh. Ist doch schon wieder da. Okay. Ja, jetzt ist es wieder da. Ja. Ja, das rechts unten in der Taskleiste. Siehst du, das da rechtsklick drauf. Rechts. Und dann Fenster schließen. Genau. Und jetzt da unten X drücken. Enthielt einen Virus und wurde gelöscht. X drücken. Ich weiß nicht, was der Scheiß soll von den däfferten Webseiten. Ist das Mond? Ist das Mond? Das ist kein Schmon. Siehst ja. Na. Das ist eine Virusklamm hier. Enthielt ein Virus. Geh nochmal oben. Du siehst da oben die verschiedenen Fenster, die geöffnet wurden. Eins daneben. Das da. Genau. Und jetzt. Ich bin kein Roboter. Das weiß ich. Ja. Gut. Jetzt wird der Download gestartet. Jetzt öffnen? Nein. Ja, doch. Ja. Na, speichern. Oder öffnen. 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 Also ich bin gleich wieder da. Ja. Schnell leider. Also Download wird gestartet. Ja. Öffnen. Oder auch speichern. Speichern. Genau jetzt wird es runtergeladen. Ja, das wurde vorher auch schon runtergeladen. Na, das war was anderes. Das war nur 50 Megabyte groß. Das ist, das ist die Karte. Das ist jetzt auch kein Scheiß Schau. Du siehst ja oben, da sind jetzt bei dir aktuell drei Tasks geöffnet, gell? Ja. Ja. Einmal Start, einmal Test und einmal das andere. Ja. Und was passiert ist glaube ich, dass wenn du auf dieses Download drückst, weil die müssen sich ja finanzieren, solche depperten Seiten. wo, weil da muss, die müssen ja Daten hoch, also du lädst da Daten hoch, also zum Beispiel jetzt diese Map und die müssen halt diese Daten in einem Server sozusagen behalten. verstehst du? Und deshalb müssen die sich finanzieren und die finanzieren sich über so depperte Werbung, die, die halt, ja, scheiße ist. Weil die gibt halt am meisten Geld, das ist ja in echt auch so. Ja, das waren halt diese, diese, ähm, ähm, ja, die Sex-Seiten auf Deutsch. Genau. Ja. Die kennst du ja wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, tu nicht so, als wenn es die nicht kennst. Ja, es ist, wie es ist. Auch mit eurem, mit deinem Alter kennst du das schon. Ja. Da bin mir ganz sicher. Eventuell. Naja, da bin mir ganz sicher. Du hast gesagt, es ist, wie es ist. Ja, ja. Aber er zeigt mir nix an, 0% von FS. Ja, das ist, das dauert ganz schön lang, ja. Das ist, ja, etwas zu lang. 4 Stunden, 17. Ja, das ist bisschen. Ach, komm jetzt ja auch gewesen, das. Ich wollte, das ist gar nicht so viel. Schau, 758 Megabyte, das ich weiß nicht, warum das so lang dauert. Na, also ich lade da keine 4 Stunden, 16 Minuten runter. Also bitte, vergiss es. Ja, schauen wir mal, vielleicht geht es, vielleicht ist dein Internet momentan auch einfach nur scheiße. Ne, mein Internet ist mit Sicherheit nicht scheiße. Ja, ja, das steht ja da oben, Download-Site. Aber Primo würde ich nicht drücken, weil da kommt dann so ein Scheißdreck. Und das kostet Geld. 14 Cent, ja. Primo kostet Geld. Das ist klar. Das ist klar. Das da schließen, ja. Das ist das Verschicht. Ja, genau. Aber das musst du offen lassen, weil sonst läd's nicht runter. Ja, aber 4 Stunden, 16 Minuten, also bitte. Das ist schon ein bisschen lang, ja. Hey, wollen wir in 4 Stunden immer noch spielen? Na gut. Äh, Frage-Antwort-Spiel, jetzt bist du wieder dran. Äh, äh, Gurke oder Karotte. Oh, wie kommst du auf so'n Schmarrn jetzt? Ja, weil der Arnebauer, der pflanzt momentan Gurken an. Was pflanzt Nieren? Nix? Eventuell ja, manch nein, aber dieses Jahr nicht. Kartoffeln? Na. Dort? Gar nix. Oh nix? Na. Der Stiefvater ist nur immer nicht dort. Hi? Nein? Das hallo? Na. Ja. 4 Stunden, 15 Minuten dauert das. Das passt nicht. Ja, das dauert nicht so lang, das zeigt immer so viel an. Nein, das dauert wirklich so lang. Na. Doch. Schau, auf der Website steht jetzt 4 Stunden und 18 Minuten und da steht nur 4 Stunden und 15 Minuten. Ja. Hm. Das stimmt alles nicht. Auch mit einem Viruszeichen so. Naja, das... Das stimmt nicht. Doch. Du weißt nicht. Ich hab so tausendmal irgendeinen Schmarrn runtergekommen. Mein ganzer Computer ist voll ein Schmarrn. Ja. Aber... Einen Virus hab ich noch nie gehabt. Den gibt gar nicht, den Virus. Ja, aber das ist ein Schmarrn da. Also 4 Stunden und 15 Minuten, das ist ein Wahnsinn. Das geht schon schneller. Ja. Das ist nix. Heute ist Mittwoch. So. Rücken. Hallo. Servus. Es gehts einmal auf Discord. Wer? Jo. Gern mal auf Discord. Oh. Hansi, du. Ich glaub, wir müssen jetzt essen. Na, noch nicht. Noch nicht? Später. 5 Minuten noch. Ich hab auch nichts essen. Ach so, ja. Dann geh wir essen jetzt. Ja. Was gibt's bei dir, Bader? Kalten Küche. Oh. Brot. Schuh? Ja. Aber wurscht nicht. Aber passt auch. Was wird jetzt da wieder umeinander drucken? Oh. Jetzt schau mal wieder auf die Website, oder? Wie schnell das geht jetzt? Ja, auf Website. Da E. Auf das E unten. E. Auf das E. Ja. Genau. Ja. 4. 13 Minuten. Also, 2% sind jetzt geladen. Also. Hansi, da gehen wir ATP essen, gell? Ja. ACC, was ist ACC? ATP essen. Nein. Na. Pirola Puckerer Eisopf. Apfeltrauben. Für sich. Rot. Apfeltrauben für sich. Apfeltrauben für sich. So gesund liebt es hier. Ja. Heute aber mit Zucker. Das ist Eis. Das passt. Oh. Ja. Habt ihr selber Eis gemacht? Ja. Ja. Ehrlich? Ja. Also ATP Eis. Aber mit Mille. Ja. Mit Mille, ok. Ja. Bessiers Kinds. Ja. Wir sind halt die Besten. Aber Butter oder sowas macht sie nicht selber, oder? So? Freilie? Butter A. Ein K. Ja. Das wird sie auch hier sein. Aber das ist nicht gegangen, oder? Nein. Das ist scheiß geil. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen. Ein bisschen defizil, sag ich jetzt mal. Ja. Weichkäse. Der Weichkäse geht ja noch. Aber der Hartkäse. Der ist zu hart. Nein. Da brauchst du eine Vorrichtung. Dass du einen Zampress. Du brauchst einen Quasch. Dass du ihn einwalzenieren kannst. Du musst das tauchen. Ja. Ja. Du, du, du mal noch mal auf E drücken. Auf E. Unten. Könntest du jetzt eigentlich durch meine Kamera was sehen? Nein. Nein, wir können ja nur durch dein, äh, dein Bildschirm. Bildschirm können wir sehen. Was? Was? Jetzt mal hast du gesagt, hast doch du gesagt, ich soll aufstehen und soll mir an die Eier traulen? Na, weil, du sitzt wahrscheinlich, oder? Ja. Ja. Das heißt, dass wenn du die aufstehst, dann hört man das. Und wenn du nicht aufstehst, hört man es nicht. Weil du sitzt ja wahrscheinlich mit deinen Beinen unterm Laptop, denke ich jetzt mal. Richtig. Das ist ja klar, weil du, wenn du jetzt deine Beine über dem Laptop hättest, das wäre komisch. Das stimmt. Der Sound, der würde ja dann nicht kommen. 4 Stunden, 11 Minuten. Ja, dann bis später würde ich sagen. Ja. Aber nicht in 4 Stunden. Ja. Ja, vielleicht davor, aber... Du musst das eh auch verlassen, gell? Ja, ja, das eh ist offen. Ähm. Was haben wir denn jetzt? 1942, wann sagst du denn da? Oh, so um. Um halb in eine auf jeden Fall. Was hat 3 Minuten zum Essen? Was hat 3 Minuten zum Essen? Da wäre dein Festmall halt mal. Ja, aber nicht. 3 Stunden. Jetzt sagen wir 5. Ramadan ist es zu Ende sei der Part wochen. Sagen wir 5. Ramadan. Na, aber... Das ist kein Ende. Seit's kann man es liegen. Ach, komm jetzt auch. Ach, komm jetzt auch. Pfingst. Nein, so bis Pala-Klima-ATV ist. Na, das kann man jetzt noch nicht so sagen. Ja, egal. Servus, Peter. Servus. Servus. Bis wieder Nacht. Okay. Servus. Servus. Servus, Sepp. Jetzt müssen wir nur warten. Wir bräuchten deinen AFK-Account, der noch da drin ist bei ihm. Mit dem wir das, äh, schauen können, ob er da ist. Ja. Aber der Arne muss neigehen. Na, der ist grad Playstation spielen, der schwule Sack. Ja. Da. Ne, ähm. Warte, ich kann schnell einen Account machen. Theoretisch. Boah. Geil. Kannst du auch meinen Rücken kraulen? Okay. Okay. Nein, das sagt der Jo-Oli in dem Lied. Das ist toll. Das ist toll. Bei dem wie... Ich kann nicht... Mich ab mir erst da. Lockout. Registrieren. Wie nenne ich mich? Musikbot irgendwas. Musik... Musik... Volks... Musikbot. Volks... Aber Volks einfach nur, oder nicht... Volks... Volks... Musikbot. Mit der E-Mail. Geil. Geil. Der Volks-Smoothie-Bot. Mal schauen, ob er in der Kamera schaut. Oder... Bastis. Warte, ich mal... Boah, mein Headset. Irgendwie jetzt geht's wieder. Aber davor hat's so richtig... Unahe. Okay. Ah ja. Josef. Ah ja. Du sein Volks-Smoothie-Bot jetzt hätten als Freund. Du... Wir hätten... Wir hätten nur ne Zeugwerfer, dass das Virus ist. Was? Nein, aber das ist das... Der hat sich automatisch gelöscht von Browser dann auch irgendwie. Ich hab ihm das erklärt, weil wir können dadurch mehr, äh... Empathie... Ja... Doch für uns... Nein, nicht einfach... Er vertraut uns dann mehr. Ja. Hab ich so das Gefühl. Das versuche ich nämlich auch zu... Schaffen, dass er halt mehr vertraut. Und dann können... Größere Fehler halt auch einfach mal... Da... Da wieder drüber hinwegsehen. Es ist wie es ist. Wie es passt. Ruhig Smoothie-Bot. Hm... Hashtag... Wie... Wie da... Hashtag... 5741, okay. Da ist jetzt der Volks Smoothie-Bot drin. Da ist er nicht drin. Toll. Boah, Mann. Select Friends. Ich sag... Oh... Das ist so... Ich bin schwer zu böse. Du musst dann auch... Hören... Was ist das... Aber was machen wir jetzt da? Wart... Ich muss schnell... Mein Mod-Roster. Ich weiß es nicht. Äh... Boah, geil. Äh... Äh... Weißt du das? Ich glaub nämlich nicht. Weiß ich nicht. Aber wenn das Handy rein gehst, glaub ich schon. Okay. Send Friend Request. Okay. Da. Geil. Okay. Jetzt kann ich ihm einen Invite zu dem Server senden. Wo ist er denn? Oh, Mann. Das ist so abfuck immer. Bäh, da. Wo bist du? Wo ist der für... Da. Da. Geil. Ah, jetzt bin ich da. Muss jetzt erst einmal Oli berechnen. Ja. Wart. Au. Wart. Au. Wart. Au. Wart. Au. Ich seh's jetzt. Ich seh ihn. Was? Ist er vom Computer? Ich glaub nicht, aber ich seh das nur so... so komisch. Jetzt ist er da. Doch, jetzt ist er grad da. Warte, ciao da wieder. Hey, wo siehst du das? Ja, im Viewer. Was? Wie siehst du das? Ja. Hä? Hey, Team Viewer. Ach du die... Hä? Ach so. Wie hast du jetzt so gemeint? Nein. Keine Ahnung, dass man da auch dem zuschauen kann, ohne dass man in dem Server drin ist oder so. Aber das geht ja nicht. Okay, gut. Ist er wieder weg? Warten. Ne, er steht davor. Er sitzt davor. Haha. Er wartet einfach. Bis... Der hat das grad... Der hat das aber natürlich grad gehört. Was? Ach so, ja. Ja, als dass ich reingejoint bin mit der Volksmusik. Aber ich glaub, da denkt er, dass da ist nix los. Also, ja. Wie wegt das sein Maus? Mhm. Hm. Wir können diesen Mann grad anschauen. Ich schau den grad einfach an. Ich leg das jetzt auf meine Seite hier. Da kann man... Hab ich wie so'n FBI- oder Polizeistudio. Ob wir einen Klienten beobachten. Ich seh jetzt... Ich kann jetzt... Vorne in meinem Bildschirm, rechts das Handy mit Bäder. Geil. Das ist krank im Kopf. Naja. Passt. Operation... Wie... wie heißt diese Operation? Die muss einen Decknamen haben. Gummihandschuhe. Operation Gummihandschuhe. Aber ATP... Ach geil. Operation... Was? Es hat er geschaut. Nein, ich seh nicht. Ist er wieder weg, gell? Ich glaub er ist nicht da. Ich seh nicht. Du musst nur sagen, wann der irgendwie reinschaut. Dann kann ich jetzt auch auf TeamViewer. Okay. Weil da mag ich einstellen, dass ich bei ihm alles schwarz mache. Warte, kannst du dann bei mir den... Kannst du dann die Bildschirmübertragung hier anmachen? Dann kann ich zuschauen, was du machst, oder? Ja, äh... Nein, du bist auf deinem Laptop, oder? Na... Ja, ich bin auf dem Laptop, aber das geht nicht. Ich, ich konnte ja nicht sehen. Was? Ich konnte ja nicht... Wohl staunen. Wie? Also, es geht ja bloß von dir aus, oder? Warte, schau über, ich kippe da einfach. Also, wo bist du grad mit TeamViewer drauf auf deinem Laptop? Auf dem Laptop, ja. Okay, ja, dann gibt's ja nicht, was ich grad wollte. Passt. Ja. Warte... Ich, ich, schau einfach über, ich kippe da einfach. Ich hab das so toll. Jetzt hab ich kein Handy und das zu Fotografen. Das ist einfach wunderschön. Die Geheimbasis. Operation. Gummihandschuhe. Geil. Der Stream läuft noch immer geil. Vielleicht sind wir nicht. Ich. Das ist einfach ausgelaufen. Ich seh ihn halt ziemlich schnell, ne? Aber trotzdem, das geht da nicht. Höre ich ihn auch? Eigentlich schon. Warte. Ich müsste ihn hören. Ja. Warte. Ja, ich hab ihn auf maximaler Lautstärke. Gut. Okay, jetzt seh ich ihn wieder. Bast. Er ist. Er ist frisch rasiert. Das machst du grad. Ja, das ist. Schauen. Hm? Nein, schauen. Nur. Du machst grad nichts. Nein, ich. Ich stehe halt gerade los. Ach so. Ah, 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 ah. Okay, ah, okay. Ich hab reinschauen verstanden. Keine Ahnung. Hm, hm, hm. Nichts. Ich hab Pros. Nein, ich hab Brobe. Warum kommt man das? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hm... Geil. 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 Fetzt Fetter. Aber hier auf dem Server, ich frag mal Miau Miau, ob er uns Rechte geben will, das wär wunderschön. Ja, das ist ein Tor. Der Bäder. Na, der Miau Miau. Ja, Miau Miau. Zu Rechte. Äh, auf dem Furry Premium Server. Wir müssen nämlich den Bäder muten können, das, oder deffen. Und... Wo sieht die da drauf? Volksmusik-Bot. Das bin ich, ich kann ihn grad live anschauen. Mit meinem Handy. Und wir sind grad mit TeamViewer auf seinem PC unterwegs. Ja. Was brauchst du? Rechte, dass man ihn Server deffen und Server muten kann. Bist du? Bist du? Da bist du. Hanse, warum heißt Hanse? Ja, einfach ich der Hanse bin. Nein, kannst du's jetzt? Kannst du's jetzt? Warten, warten, warten. Da. Hä? Warten. Schau kurz. Nein. Ich kann nur dasselbe Video... Ja. Jetzt ist er trüben. Wow. Hä? Wo ist das? Muten. Hä? Seit wann warst du jetzt hier drin? Ja. Ich du. Ich war schon immer hier drin. Hä? Ich hab über dich geredet. Hansel. Hansel. Dölle. Geisteskank. Jetzt kannst du's. Warte. Ja. Geil. Es ist perfekt. Jetzt ist es perfekt. Warum? Jetzt jetzt nur mal. Was denn? Ja, TeamViewer. Hä? Hä? Hallo? Das ist sehr drüben. Jetzt war grad eher drüben. Jetzt war grad eher drüben. Ich seh das ja. Keine Ahnung. What the fuck? Okay. Das soll... Wechseln. FF. Warte. Hä? Der shared doch den Screen. Ja. Man kann ja nicht schreien. Also doch. Oh. Merklich. Man, der Volksmusik-Bot muss jetzt mal schauen. Aber ich kann die Bildschirm übertragen, kann ich mir nicht anschauen. Komischerweise. Ich kann nur Video anschauen. Mann. You have to throw it. Okay. Schau dir das Video einfach an. Warte, ich geh schnell mal zum Bäder und muss nochmal erkunden. Biete. Ja. Nee, ich muss ja... Was? Was? Ich muss kurz an Bäder was. Okay. Bleibt hier. Es gibt's einen Report. Nee, er ist drüben und ich... Ich bin mit Volksmusik-Pot drin. Ach so, ja. Und der bläst. Okay. Jetzt redet er Bäder, okay. You have to throw it. Oh. Hello. Ich schau dir das Video. Ich hab's angeschaut. Aber das ist doch gar keine echte Angel. Oder? Nein, das ist nur ein Spielzeug, glaube ich. Ja, du musst die halt auswerfen. Yes. Yes. Ich seh die Bäder. Warte, ich muss kurz was jemanden fragen. Warte, ich bin so. Wieso das brauchen wir jetzt hin? Wo sitzt der... Der ist wieder so ein... Okay. ich mache volle lautstärke nein sonst aus der junge der mann ist pädophil und geisteskrank natürlich der der ich bin 13 angeblich der wähle sich im stiefel und in die eier fasse und er will dann auch die ja ich dachte dass sie nein sonst wäre es ja nicht gerechtfertigt anscheinend ja und er hat auch nicht nur mit mir 13 jährigen kontakt sondern auch mit ihm zum komischen 15 jährigen den er davon überzeugt hat dass er nur harmlose und normale sachen wissen will also ja das ist wieder so autismus ok ron na ja wie kann man irgendwas entfernen ausrissen ich weiß nicht ausrissen ich will es entfernen äh der luis kommt er steht er wieder vor pc ist er wieder vor pc das verstehe ich nicht er hat ja gerade mit mir gerät ja ich habe ja so gehört zu schauen was warum nicht jetzt trübe ich nicht mehr okay was ist es ist jetzt einfach vorm pc mit seinem mund nach dem kopf nach unten und schaut ganz traurig okay jetzt wieder gleich wieder mit dem jungen da das kann ich wieder screen recorden junge geil ich kann einfach alles aufnehmen toll naja aber er hat ja noch nichts gemacht aber er hat mich auch so fragen gefragt wie ich wollte euch ihr wollt erst mal fertig ich bin ganz komisch der bäder die polizei ok naja was wir machen wie wir werden lassen aber momentan machen wir guten job darf und bringen ihn dazu dieser tätigkeit nicht mehr nachzugehen wenn ihn so hart verarschen und irgendwo hinschicken dass er das nicht mal machen wird es ist wie es ist hallo 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 es ist da wieder zu ihm gegangen ich bin aber auch dann passt aber der checkt sowieso nichts er kann gar nicht du kannst dem die kamera anschalten und der checkt es nicht für was brauchst du die teamführer achte weißt du was ich geschafft habe was links ich habe hex in lol hier ist es nein in apex aber ich habe nichts gemacht ich habe die einfach plötzlich ich kann durchwendig schauen und so ein dreck ja 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 okay ja ich spiele so verpackt bullshit game man kann plötzlich ich würde schon das wird absolut die trennen ihre wort ist wutte das was war die 1 h war Wache einfach, okay. Oh, ist verfäng. Erfolgsmusibot. Geil. What the fuck? 3h17. Wir scannen schnell. Da ist er wieder. Geil. Escape. Verlassen. Optionen. Geil. Weiter. Äh. 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 Hat er ein Headset? Der ist mit dem Laptop so. das könnte ich jetzt schön reingehen ich hoffe dadurch aber wenn du willst ist der bäder auch für dich offen ich muss aber auch hier ja ganz viel spaß haben wir fällt dir was auf dem screenshot laber ecke morgana man kann es nicht was du hast ja die beste junge und dann ist er das wird alles gleich auf dem erdbeer kennst du bitte nicht diese komische familienband auf tik tok ok gut danke glücklich damit ist jetzt die frage des dori bauers beantwortet was für eine frage welche ja das ist die frage die frage der frage ja die grau ist die flüssigkeit man jetzt der verkackte so der hand ich lasse mich nicht vor ein steuer das war doch alles junge das was ist das wurde geht ja schön ich habe 18 triple tics mittel distanz also ich jetzt alle mit pistol ficken ich habe es ich habe es jetzt war es gerade vorher so schön laut, jetzt bist du ganz leise ich habe auch nichts ok aber trotzdem funktioniert es nicht ja ist wohl schlaß dich so, lass du dich, lass du dich 3 stunden 11 minuten schauen lass du dich, ich geh jetzt von deinem computer weg hey, ich darf an meinem computer noch schauen ja dann lass was, dann lass was 3 stunden 11 minuten, bis heute bloß noch ein Shop ne, oder mehr frag ob ich ihn schiefen darf bitte du Bauernbursch bist bestimmt 3 stunden, da ist 23 Uhr sag ich komm extra aus Frankfurt Vieh aber es wohnen in Frankfurt Bauern was? ob in Frankfurt Bauern wohnen kann sein echt war er nicht ok also ich kenn keine, sag ich mal aber du bist doch dann einer weil sonst nein, ich bin kein Bauer hast du lange Gummihahn, Schuhe und Gummischiefel? nein, hab ich nicht wieso sollte man sowas haben? weil du Bauer bist ja, wo ist was? ich habe ein Frachtbucht abgeschossen stufe 3 ja, dass du mich nicht schierst und aufhängst, beziehungsweise nicht schierst und nicht in die Luft sprengst und nicht umzündst im Stall, das ist mir klar ja das ist ja logisch, oder? das ist ja logisch na wieso, na? na ja wo ist, na? na ja sag heute mal was dazu ist doch klar kann... Ich hab's aber offen. Ich drücke mal auf der Windows-Zeichen. Auf mein Windows-Zeichen. Da unten und dann auch wieder. Da, ja. Dann auf das Ein-Aus-Schalte-Zeichen. Nee, ich schalte jetzt nicht aus. Wenn ich das sag, du solltest das machen, dann machst du das. Na, weil dann die 3 Stunden 11 Minuten weg sind. Wir sind nicht weg. Das ist schon ziemlich. Also. Wir sind nicht weg. Ist jetzt wieder so behindert. Scheißdreck. Du bist so dumm, der muss einfach mit Task-Manager schließen. Ja, aber das kapiert der wieder nicht. Jetzt dauert das 5 Jahre, Junge. Oh. Jetzt kann das Witz nicht mehr runterladen. Wir müssen eine kleine Map jetzt runterladen. Sonst ist... Ja, na, das lotzt doch nie runter. Das ist so was. Ja, aber das sieht er doch dann. Ja. Man muss ihm übereilen, dass das schon passt. Du machst es aber ganz schlecht. Ach, der Mauer ist so widerspenstig. Wie meinst du das? Ja, warum soll ich das aufmachen? Warum soll ich das so machen? Ja, das ist aber... Das ist nur wenn du was sagst bei mir. Ja, es ist nicht so. Warte, ich schaue mir wieder hinüber. Oh Mann. Na, den checkt es doch nicht. Oh Mann. Der Mauer. Ich glaube, jetzt ist gleich wieder aus. Discord weg. Puff. Ich habe es mir gedacht. Ja. Jetzt bin ich. Ja, ich hör dich sehr gut, aber der Discord ist weg. Jetzt äh... Jetzt muss ich wieder verifizieren über Telefon. Na. Der Ding hat noch vorher was geschickt. Jetzt... Öffne jetzt mal TeamViewer. Was hast du da mit deinem TeamViewer? Ich bin draußen zum Installieren. Da schaue ich nach welcher Code das ist. Äh... So ist ein Fehler. Das sehe ich schon. In der Mitte. Okay. Welcher... Wo... Welcher Code? Die IS-IS-20. Hast du das aufgemacht? Ja. Da steht da ihre IDE. Ja. 1999. Ja wie war's deae idee. Da steht c-62! Eh 92! 21. 21... 065! Langsam! Young Alpha Aus entspannt Alpha Deswegen gibt es meinen Cock Frisch Einen frischen Penis Ist der einzig wahre Und der lange Tell me why dude The fuck Song Ich brauch deine ID Gib mir halt deine ID Na das ist ja Nichts mit uns zu tun Ich brauch deine ID Du bist Partner ID Ich brauch deine Partner ID Dann kann man es verbinden Und dann Was ist BLM Black Lives Matter Hast du verstanden? Das geht nicht mehr Ja Partner ID brauch ich Und Discord Da geht gar nichts Verifizieren über Telefon Da muss man Da muss man wieder das schicken Was der andere geschickt hat vorher Ja stimmt Ja Was hat der der geschickt? Der hat der Rakit Schickt ihm nochmal irgendwas Der kapiert es wieder nicht Der ist so ein Mongo Junge Der Rakit hat der geschickt Der Rakit hat was geschickt Der Rakit hat was geschickt Der hans ist das Das ist der so ein Mongo Der Rakit schickt ihm jetzt irgendein Foto Der Mohe Ich bin immer auf dem Server immer noch nicht Ja doch Doch Der Rakit hat ihm jetzt Instant Feedback Report geschickt von Lolo Und jetzt passt alles wieder Bitte But how is it not mobbing? Ich bin Jumpmaster Lass uns alle sterben Ja schick ihm das Dass er wieder reinkommt Aber das Teamviewer geht nicht mehr Was ist jetzt noch immer nicht? Ja Jetzt hat er irgendeine andere Deine Mama Die ändern das Ja Mit Punkten aber dazwischen Nicht normal Es ist so komisch he Ja Ich geh zum Bäder wieder Viel Spaß Ja Ja Was was kriegt Wo soll ich das hinkriegt haben? Discord 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 Also I geht nicht mehr gell? Wer I? Ne Discord Ja das machen wir dann Aber da steht verifizierende mein Telefon Also Also Ich hab nix bekommen Ohhhhhhhhhh Alter Ich kann nimmer Der Monk hat jetzt gar nix Ja Komm mal Soll ich reingehen? Ja Ich geh dann kurz zum Essen Ich erklärst du mir eine Mikronnummer he Äh Ja da ist er der Hansi Ja da ist er der Hansi Schick mir das nochmal mit Schick mir das nochmal mit Schick mir das mit Discord Ok Mal kurz weg ne Ja Servus bis gleich Servus Jo servus Äh warte Du hast mir da was geschickt? Ja Wo finde ich das? Äh da Genau Jetzt gehts wieder oder? Noch nicht Hm Jo Und jetzt auf Hansi oder? Gehts? Jaja Gut Jetzt auf Hansi Jetzt auf Bildschirm Bildschirm genau Bildschirm Jetzt auf Bildschirm Auf Screen Und auf Live Game Genau Ok Mal schauen das alles passt Ja Genau Jetzt muss Der Hat der jetzt das Was ist denn jetzt los? Ich weiß nicht Er hat alles mögliche Alles mögliche hat der verändert was man zu verändern geht Geschlossen oder was? Na das E Geht das noch? Lädt das noch? Nee Doch oder? Er hat das Ja da ist jetzt was drauf vorne Ich kann es nicht schließen Skip add Da oben siehst du Das ist in schwarz Ja genau das da Ja Okay Hm Das mag ja nicht Das auch nicht Nein Ähm Ne Er hat das natürlich jetzt Äh Ähm Ist ja klar Ja Jetzt ist es wieder da Wir könnten theoretisch eine kleinere Map runterlegen Ja aber die geht jetzt nicht mehr Und ich hab's ihm vorher gesagt Wenn er Wenn er Neustart macht Dann ist die Das laden weg Aber er hat's Er hat's nicht kapiert Ja Dann geh mal links auf diesen Zurückpfeil drauf Dann laden wir eine Map die nicht so lange leert runter Weil das ist sonst scheiße Ja Warum ladst du die nicht selber runter? Ich mein Wir laden sie runter So ich Ihr habt es Direkt vor der Haustüre Ihr braucht es nur drauf gehen und runterladen Ja Wie meinst du? Jetzt das war falsch Das war falsch Ja Jetzt Die Leute Äh Rechts auf die drei Punkte Ganz rechts Ganz rechts Drunter Ja Drei Punkte Ja genau Und jetzt auf Verlauf Und da jetzt wo Was war das? FS 19 NF Das du Na Wetter oben FS Da Genau Das vierfache Oder nein Oder dann machen nicht mal Na Das download nordfriesische Wenn dann müssen wir dann Nein 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 Weiter unten Download nordfriesische Wir tun andere runterladen Jetzt da Geh mal drauf Ja Aber wenn wir da drauf gehen dann haben wir es ja runter Ja doch 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 Geh mal auf Was war das? Kategorien Genau Ja aber da muss ja eins zurück normalerweise Naja Geht das? Normalerweise Ne Du musst nach Wieder dem Pfeil nach vorne Jetzt da ganz links Ganz links Oder so Ja Naja Auf LS 19 Mods Nur Weiter unten Nicht das Das da genau Genau Und dann Kategorien Und jetzt nicht mehr Diese Länder Diese Länder Weil Maps und Gebäude Das dauert ewig lang Ja Aber Es müsste Warte Doch geh nochmal auf Maps und Gebäude Es gibt vielleicht eine die nicht so lang dauert Vierfach Maps Aber nicht bei vierfach Aber nicht bei vierfach Doch 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 Na nicht bei vierfach Die dauern alle so lang Naja Warte ich Die hat's mir doch auch gescharf Die dauern alle so lang Drück mal drauf Vertrauen mir Da gibt's bestimmt eine die dauert nicht so lang Ne 100 pro Können wir wenden 10 Euro wett mal Nee 10 Euro 10 Euro Ja 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 Vierfach Maps Vier Ja Ich glaub's nicht Die dauern alle so lang Weil's vierfach ist Das heißt Das ist die Größe Das ist die Größe Ja und deswegen dauert's länger zum Laden Ist doch logisch Es gibt welche mit weniger und welche mit mehr Details Und die war halt eine sehr detailreiche Ja die sind alle detailreiche Nein Es gibt sehr und detailreiche Du hast nicht drauf geklickt Schau Na du musst nochmal nach oben Du musst auf die vierfach Maps Es geht darum eine neue Na Na Ich hab drauf gedrückt Und es ist aber nicht gegangen Okay Ja Links klick Genau Jetzt war sicher drauf Jetzt runter Vierfach dauert Warum gibt's euch nicht mit einfach zufrieden Es gibt keine einfach Maps Die werden so klein Da könnte man nicht mehr spielen Warte Die sind groß Die sind zu groß Die sind alle zu groß Nein 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 Runterscrollen Da die das tal Die da mit 100 megabyte Ja Na 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 ja genau Nein 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 das tal 400 400 400 400 ist doch mehr Nimm mal 700 Nein 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 Na die ist scheiße Da ist gar nichts 400 Das ist eine große Karte wo gar nichts drauf ist Das ist scheiße Da ist gar nichts 400 ist auch zu viel Das tal Na na aber die andere war 700 Schau mal her Die vorher war bei 700 Eben Bei 4 Stunden 16 Die würde jetzt so Jetzt sind wir bei 400 Dann dauert die 2 Stunden 20 oder sowas Ja trotzdem Zeit gespart Zeit gespart Vergiss es Vergiss es Vergiss es Die sind viel zu groß Dann nehmen wir eine mit 300 Wenn wir eine finden Ja die sind alle so groß Da schau die sind alle so groß Die sind alle so groß Alle Alle Alles so groß Alles so groß Ja bei 400 und 700 ist das schon Unterschied gell Ja dann dauert es aber immer noch 2 Stunden Und ich warte keine 2 Stunden hier Da 601,1 571 Da 277 Die Micmap Die da Die warst Dauert immer noch Na die dauert nicht Ja trotzdem aber das ist deutlich besser Da können wir dann bald spielen Bald Ja 22 Uhr können wir spielen Eventuell Zum Download Warum laden sie euch bei euch die nicht rum Verstehe ich nicht Soll ich es dir erklären Ja Muss aber zuhören Also Jeder muss die selber runterladen Der PC Also Du hast ja das Spiel musstest du ja auch runterladen gell Weil du brauchst diese Daten Auf deinem PC Um das Spiel spielen zu können Es gibt aber Angebote von Stadia zum Beispiel Da kannst du auf einen anderen PC Sozusagen darauf zugreifen Und über das Internet Die Spiele auf diesem anderen PC Aber eigentlich auf Also du steuerst an deinem PC Aber kannst du über einen anderen PC spielen Aber das ist halt Das ist es nicht Du brauchst die Daten selber Ja Also Betrug Naja Ja Das ist kompliziert zu verstehen aber Ja aber ist eigentlich Betrug Warum Weil du Ja weil du auf dem fremden Computer zugreifst Nein 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 Das ist mir erlaubt Ja Erlaubt Drück mal oben auf das Plus Um neuen Task zu öffnen Und drück Und such mal star Oder drück mal erstmal zum download Ja Drück erstmal zum download Mal schauen wie lang der braucht Wenn der auch so lange braucht dann Runterscrollen Ja Das 0.9.6 0 96.1 Aber das ist eine alte Version die es veraltet Das heißt da sind vielleicht Bugs drin Schau hotfix steht oben Das heißt da war irgendwas falsch bei der 0.9.6 Das heißt die 0.9.6 Punkt 1 musst du runterladen das ganz oben Also hotfix Wieder oder? Na hotfix Hotfix Die mit hotfix Ja Warum die mit hotfix Weil da war irgendein Hotfix Das heißt sozusagen da war irgendwas bei der Vorgängerversion falsch Öffnen, speichern Warte mal Scroll mal runter nochmal Ja doch Öffnen, speichern Öffnen, speichern 22 Sekunden Das kann nicht sein, da ist irgendwas falsch Ne, ich bin jetzt schon bei 67% Hm So erwarte ich mir das Kann nicht sein, dass es so schnell ist Bin bei 100% Sicherheitsprüfung wurde ausgeführt, passt alles Öffnen Nein, nein, nein Das Muss man so einfügen, aber das macht es eigentlich von selber Öffnen? Na, nein, nein Ja, drück mal öffnen Schau, da kannst du Mach mal Da kannst du nichts machen Das ist nur so komisches Zeug, schau Mhm Das ist glaube ich nicht echt Also das ist nicht die Schau mal, das sind nur 2000 Kb Das heißt es sind 2 Megabyte Kilobyte, ja Das sind Kilobyte Das sind 2 Megabyte Das macht gar keinen Sinn Das ist viel zu wenig Das ist irgendein Scheißdreck Deshalb ging das auch so schnell Kommen wir es löschen? Ja, alles markieren Alles markieren? Mach mal da rechtsklick einfach drauf auf Na ja, ja, rechtsklick Rechts Und dann löschen einfach alle einzeln löschen Achso, aber kann man auch alles markieren machen, oder? Ja, ja Ja, geh mal drunter Also da wo die weiße Fläche ist Und halt die linke Maustaste gedrückt Links gedrückt Links Jetzt scroll nach oben Wenn du die linke gedrückt hast Während du die gedrückt hältst Ja Machst du es? Ja genau Und jetzt nach oben Und jetzt Ja genau Jetzt loslassen Und jetzt auf Maps 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 Nicht drücken Jetzt rechtsklick Auf Maps Rechtsklick, ja Und jetzt löschen Genau Genau Ja 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 Ich bin aber schon gegangen, glaube ich mal Ja Aber schau mal Das ist 2 Megabytes Ja Ich bin eigentlich hier Von vorgestern Ja Die sind viel zu groß Die sind alle viel zu groß Die sind alle viel zu groß Aber Bigland Warte Bigland to build Da ist äh Dings dabei Zug Und Bahn Naja Ein bisschen komisch Und Fruitland Da tut man Früchte anbauen Ist auch deppert Falkland Boah Das sieht sehr Schau mal wie das Wie komisch das aussieht Siehst du das Bild da Das sieht ein bisschen weiß nicht Ich weiß nicht was Scheiße aus Ich finde da auch nichts komisches Hm Scroll mal da runter Die ist wieder so groß Die leere ist auch deppert Da ist einfach gar nichts Deswegen Die ist gar nichts Oh, die Glenn war Warte Lange Äh Drück mal da drauf Da gibt's Klaas oder was Das sieht gut aus Ja, die Finalversion Schon jetzt haben tausend Menschen Weil das die beste Die neueste Version ist 405 Und die anderen haben 460 Eben Ne Die hat 1027 Und die haben 460 405 Da steht doch 405 Die haben nur 1000 Downloads Hat die Schau dir am meisten Downloads Das ist wahrscheinlich die beste Meinst du Ich denke schon Auch die neueste Version Die sind von LS17 Oh oh Ja das geht nicht Also vergisst das Obwohl Kann man die rüber transformieren Nein Hm LS17 Es könnte trotzdem funktionieren Glaube ich nicht Drück mal download Drück mal download Wir schauen mal wie lange die dauert Eigentlich ist LS17 das Na das geht nicht Oder ich glaube es geht nicht Weil Na das ist 2018 Die schon zwei Jahre alt Hallo Geht nicht Geht nicht Geht Geht Ja Hä 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 na das geht nicht das ist auch nur 50 sekunden diese ls 17 es geht nicht das geht nicht okay dann machen wir abbrechen ja warum geht es nicht also das war klar du scheidhaferl hast natürlich gemeint dass das wenn man neustart macht dass das dann trotzdem weiter lädt tut es natürlich nicht was bringt das aber los und da ist es wieder hier und wenn jetzt ja gesagt hat dann hättest du wieder so weh das stimmt kann sich immer was ist begrenzt wird wie meinst ja immer mal kurz hatte ja was ich weiß es nicht aber der muss das neu machen der hat neue codes bestimmt also warten gehen noch wieder hoch der stream ist ja jetzt irgendwo in thüringen ist lustig aus du musst auf die fuhr naja soll man irgendwo in thüringen runterladen das braucht er erst wenn das download geht doch erst mal auf das irgendwo in thüringen weiter unten ja aber wir müssen erst mal schauen ob das überhaupt funktioniert oder das tal das hat das ist krank und 59 da aus der pur okay ja die schau mal wie viele felder da sind das ist ja ja das wird nicht mehr da können wir groß bauen ja als jugendia dort drauf klicken ja jetzt schon aber erst einmal wie lange das dauert bevor wir es machen ja ja genau das ist dann mal schauen wie lange das dauert ja diese da nicht denn na nicht die dde genau deutsch ja na na nage immer zurück noch mal hallo und wieder mischt sich da ein rück gehen das war falsch runter um zu drücken da das grüne zeichen muss zu drücken nicht das war ja das ist das falsche gehen noch mal zurück oder ist es ja 30 sekunden ja du bist so ein mongo er sollte auf das grüne zeichen drückt weil ich weiß dass es so kurz dauert er weiß man gut wieder hoch mit dem teamfuel das viel länger ohne dem teamfuel dort wesentlich kürzer du bist ja tief wir haben jetzt gerade alle jahre aber eine minute aber eine minute so kann ja das dauert nicht so lang nein jetzt sind es noch 45 sekunden gleich wäre ich garantig jetzt sind es noch 40 sekunden du schmarrer doch es ist so ja jetzt sind es noch 30 sekunden ja das ist sowieso bringt ihnen nichts wenn es kein teamviewer hast ja das ist sowieso bringt ihnen nichts wenn sie kein teamviewer hast wenn sie es nicht verbindet mit teamfuel was soll ich das ist die ikon als passwortnummer warum ach warte so ist probieren aber wenn wir es beide probieren ich glaube dann passiert das nämlich dass das so autismus bekommt na ich glaube ich glaube schon hier hoch oder servus ja ja wir mussten schnell was schauen ja und deswegen müsst ihr den ton abdrehen ja nein müsst nicht aber wenn die mam vorbei kommt dann ist halt schlecht ja auf öffnen du bist nein du musst du haben da du haben was maßen das alles wieder löschen weil es bringt ja nix jetzt lasst noch einmal die Zeit oh lau mir mal rau sonst kriegst du drüben Falzen da oder wir suchen schnell nach einer alternative zu teamfuel aber ich kann es nicht runterladen das dauert wieder hat um mongo okay ja schnell wieder hoch servus immer noch servus okay du hast grad nix gesagt die ganze zeit ja ja was soll ich jetzt tun was ich jetzt tun soll ich jetzt ist alles wieder löschen sowie vor warten durch das sowie vorher alles wieder löschen ja aber supremo könntest mal runterladen das scheiß ich weiß nicht das teamfuel packt es gibt mal oben im internet ein supremo was soll ich machen zu primo eingeben wurde beim internet beim plus aber plus musst du drücken da s u-n-o-t-r-e sur-m-o-t-r-m-o so was sollen jetzt schon wieder downloaden es weil das scheiß teamführer nicht funktioniert der dreck warum funktioniert nicht weiß ich nicht das ist wieder komplett abgefuckt da hat es herunterladen das erste hallo erst das ja nach oben herunterladen da wo fett herunterladen steht links klicken rechts annehmen annehmen da die sorgen und frei herunterladen oben einfach smart sicher super genau frei herunterladen beta oder download super ja nicht die beta die beta ist wieder verpackt spei ausführen unten hast du es macht irgendwas oder ja oder nein keine änderungen an meinem gerät oder wo ich sehe das nicht möchtest du zulassen ist diese app änderungen kein gerät äh keine änderungen gell ja nein ja muss drücken warum ja ich will dass keine änderungen in meinem gerät vorgenommen werden was ich drücke grundsätzlich nie ja ja weil du du ein hamburger bist nö ich drücke grundsätzlich immer nein jetzt drückst du mal noch mal auf teamviewer dass keiner dass keiner äh 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 ja da musste ich auch ja drücken weißt du ja gesagt hast jetzt drückst du mal auf teamviewer aber ich mach das ungern ja kann ich nicht dann kann gar nicht zugreifen ja habe ich hast annehmen genau geht das jetzt moment der mei was also all die brauche ich was was das macht gar keinen sinn alles was was das habe ich gerade nicht verstanden okay jetzt geht die map jetzt oder geht die nette user muss muss gehen wir auf dem browser wieder auf dem was auf dem browser da minus drücken bei dem teil bei supremo ja genau minus ja und dem schließen das würde schließen ja und wie kann ich den team für jetzt loswerden rechts klickt mal unten auf den teamviewer ja ja der funks der geht da sowieso nicht schauen wir mal ob das jetzt gescheit downloadet erst einmal weder ja immer noch da ok drücken wir nochmal auf teamviewer tun wir mit deinem team für der hat auch das muss der mann der zu 1 verdammten autismus also da haben sie du du bist schon recht da ist du schlinge du bist schon recht da ist du bist der horizon du bei mein computer steht drum dass ihr intel drum habe aber beim daten steht dort amd standard ein wir und wie weit da das dann du wie weit das dann du geh was Ja, hältst du Grenzen oder nicht? Das bestimmst du als Bauer. Du trittst zu, du bestimmst. Aber wenn es jetzt du sagen würdest, ... ... ... ... ... Ja, du bestimmst. Ich brauch einen Moment. Nö. Bitte was? Du kannst tun und lassen mit mir, was du willst. Alles. Aber warum sträubst du jetzt immer so, hä? Gegen was? Gegen was? Wir wollen mit dir spielen und dir helfen. Ja, ich bin da. Warum soll ich das so ... ... ... ... ... Du hinterfragst immer alles. Ja, das mach ich halt gerne. Weil ich halt gerne wissen möchte, Bescheid wissen möchte. Ja. Drum frage ich dich ja zum Beispiel, was du mit mir machen würdest. Oder was du mit mir machen willst. Das unterfrage ich dich ja auch. Das heißt aber nicht, dass ich da dagegen bin oder ... 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 Was glaubst du nicht? Wie glaubt da alles? Servus? Ist wirklich so. Servus. 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 Servus, Sepp. Servus. kann ich doch das ehe kann ich doch nicht warum nicht ja jetzt oder aus offen auf das e und genau hier hat es jetzt runtergeladen das drückt mal das musst du schließen wieder das oben auf 6 also nicht ganz recht sondern das herunter wo herunterladen davor steht na nicht auch das da wo herunterladen steht die task beenden ja genau da genau da gut hat es jetzt runtergeladen dass da du das weiß ich nicht okay das heruntergeladen oder wie glaubt schon also haben tun wir alles ich glaube auch eigentlich ja hast du jetzt schon gegessen eigentlich hallo nein ja dann hallo tanz josef ja was hallo ja man sie an sie proba ja servus kirsti schon lange markiert gewirr und schon und gleich wieder kind ja jetzt wieder tor ja 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 um hat die in morgern wort mit meckern ich habe ich denke also ich habe jetzt zugriff auf sein pc gell das ist schlecht der wird dürfte ich nicht hören und ja was versuchst du gerade immer noch team viewer also okay ja ich entdeff ihn wieder äh oh eh wie moinst ja gibt es noch irgendeine lösung die ich machen könnte oder nein jetzt ist alles okay aha wieso jetzt plötzlich alles okay wir müssen jetzt das runterladen doch oder irgendeine menge ja ja das stimmt aber wir müssen nicht eigentlich schon ja ja ich hoch so wie es ist start passen das wird einfach passen also richtig grübig ja wie du passt jetzt plötzlich eh ha eh nur so das eh 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 hallo servus hallo ja ich bin schon da was machst du jetzt bist du noch da ja ich bin da weh nicht so wieder hecht nicht wieder hecht bitte nicht wieder hecht na na du hecht du wo wo junger brosse was was ja was redest du wieder per das war ha ja magst du jetzt gleich etwas dann haben wir das naja bitte niemals erwatschen niemals naaa josef ja du kannst dich bestimmt wehren oder hansi naja der josef ist jetzt fett der ist fett wie scheiße groß genug dass die wehren kannst groß genug schon aber der josef ist fett und der dominiert mich ziemlich im wollen wie wollen ja naja ja aber es war kein echter vorschlag haben wir das war ein stein mit dem gummi hammer so ein gummi das lassen wir haben oder ja hab ich auch mal auf den schädel gehauen ja aber das war eine wilde zeit oder zum doktor müssen das war eine wilde zeit gell das war aber eine sinne zeit ja das stimmt da hat er ganz sinne dünnen drin gehabt he das stimmt ja man wird es halt groß und konservieren das ist schlecht naja das kann ich auch noch mit dem gummi hammer draus sagen da war der josef ja auch ein kleiner bauernkirch ja bist du noch größer oder was josef ich bin da größer nicht das stimmt aber warten wir noch 2 jahre und dann ja dann bin ich immer noch größer naja du bist jetzt 1,90 oder was ich bin 1,92,75 und da haben sie um die 1,80 ja wie groß bist du 1,28,53 nein kleiner als 50 ich bin so 1,81, irgendwas so 2,4,3 jetzt installieren wir mal einen mod schon wieder ja jetzt werden wir ein mod installieren hoho recht rum ein mod hoho lustig spaß macht doch josef das haben wir doch gerade gemacht ja aber das kannst du nicht hernehmen jetzt geh jetzt einmal rauf gesundheit was soll ich denn machen raus scrollen ruf scrollen also 6 also x nein naaa 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 zurück gehen ja wie weit 1 wieder links auf das e 1 zurück 1 zurück ja ja 1 so jetzt runter 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 und jetzt auf Deutsch aber auf das kräer 1 nach vorne 1 nach hinten oder naaa halt naaa halt da vorne jetzt hast du hin vorne nicht hinten ja die vor au aus und sonst gar ruf die 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 Was ist das? Ich bin der Stefan! Echt? Ich bin der Stefan! Ah, ja! Ich bin der Wirtz-Auss-Fanz! Ich bin der Wirtz-Auss-Fanz! Genau! Das ist jetzt mal! Das Tal, bitte! Das Tal! Das Tal! Das ist jetzt mal! das ist das blaue icon das ist das heißt es download nicht so schnell ja 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 das tal oder das tal ja aber es nutzt ja nichts ohne vier doch das wir schauen mal ob es geht die ganze Zeit den Schmarrn hast das muss ich mir viel Uhr nicht machen das jetzt auf download so ein Wartbild der Blutwärter wird von der Runde 1 1 1 1 1 ist beide gehen L.S. 17 oah man beide gehen nicht L.S. 17 Omao da muss der auch Gier auch die Mulder nahe siebzeh das geht näh die doch gibt es dann wieder umschnitt wurde aus 19 um ein paar verletzt aber auch nach oben nach oben nicht auf das Tal nicht auf das Tal nach oben nö siehst du oben siehst du bleib mal da jetzt nicht gut dass siehst du oben 2000 siehst du da 19 2017 2015 2013 da 19 oben 19 da weiter oben weiter um da ja genau da drauf drücken jetzt passt jetzt unter scrollen aber nicht jetzt steuert niemand und das gold obwohl jogiland gehen wir auf juli da ist es geil das mit 238 megabyte freien und da frühtland frutland ja das ist geil frutland ja frutland ja ja was ja genau genau frutland ja ja das passt schon frutland von der niederlande überträgt träger vorn und das ist jetzt gut das gold und das gold durch es dauert so lange und das gold genau und da jetzt auf v 3.0 genau download genau externer download ja so jetzt schon mit auf 3 download ja erwarten 30 sekunden warten naja ja pause machen auszugehen auf die download und jetzt wieder aber nur das schließt das andere nicht jetzt genau das war das tut gerade vorbereiten das bordeaux die nah bei mir so aus so ein mann ja doch das körper hoch da ich bin kein roboter da trotzdem eine stunde ein alter da kann man spielen das 22 uhr das passt das ist jetzt der richtige download weil es wieder lange dauert das ist es stunde erreicht geht nichts mehr sie haben die maximale anzahl an an sie du jetzt jetzt nicht neu starten dürfen und jetzt geht nicht schließen zurückgehen nicht zurückgehen muss ich mal nicht nur bei der website da nicht zurückgehen nicht zurück du musst wieder drückt mal wieder nach vorne na das ist nur auf der website bei der glaubt mir ich habe in der schule ich kaufe gar nichts ein du musst weiter drücken nach vorne wieder ich kaufe gar nichts ein jetzt sei ja da drückt man noch mal den pfeil nach vorne na du musst nichts einkaufen weil oben nach vorne zurück wirst du dich kaufen das war eine werbung du musst nach vorne drücken gut danke genauso wie der peugeot den du nicht kaufen muss das ist nur werbung noch mal eins noch mal nach vorne nach vorne den pfeil oben nach vorne man kann das auf einer anderen website downloaden und dann dann geht es dann geht es zurück nach vorne hallo joel doch nicht gemacht na der pfeil nach vorne der nach rechts schaut genau und nochmal gut warten noch mal nach vorne noch mal nach vorne noch mal nach vorne nein weil ich das nicht mach doch warte du vertrau einfach genau und jetzt und das gold na nicht noch mal nach vorne runter scrollen und das gold jetzt ist schon wieder du musst jetzt nach oben scrollen was ist das jetzt schon wieder jetzt und das gold und das gold und jetzt die v 2.2 und dann auf das grüne zeichen drücken nicht auf download sondern auf dieses grüne zeichen weil das ist eine andere website wo man es downloaden kann und dann muss man nicht warten genau genau und jetzt download digital Start bald co wörk jetzt wörk тут wird oben oben Ja. Ja, ja. Bitte. Es gibt so nette Fix-Halleluja. Weiter. Immer bloß ausreden. Du musst... Download. Jetzt sichern. Download. Eigene... Na, jetzt und jetzt speichern. Bunden. Genau. Ja. Dies dauert jetzt zu bisserl. Servus. Dann kannst du jetzt essen, oder? Ja. Ja, dann... Ja. Treff mal. Treff mal. Better? Ja? Wir essen jetzt zu Abend. Äh, wir treffen uns wieder um... 21.45 Uhr da die Song. Okay. Ja, okay. Okay. Einfach nix machen. Das loan, loan, loan lassen und dann... Du greiflicher. Servus. Servus. Jo, bis später. Servus. Okay. Und dann können wir am O schauen. Warte, jetzt noch mal. Rede. Wenn man im Deft... Ja. Und dann... Dann kann man noch O schauen. Am Stream an, dann ziege ich auch was machst. Ey, hast du jetzt Zugriff mit, äh, Team Viewer? Geht nix. Was? Geht nicht. Aber was... Was hat der da für Gehirngespenste wieder, dass wer irgendwer was macht? Ach, ich hab... Ich hab vorhin noch was gemacht, weil er's wieder nicht gecheckt hat. Okay, dann gehen wir wieder rüber, okay? Okay. Ja. Äh... Okay. Jetzt schau du wieder. Jetzt... Ich seh ihn ja mit meinem Handy auch. Okay, geil. Ist das krank? Jetzt ist er wieder weg. Äh... Hört der dich? Nicht... Jetzt... Was macht er? Ach, nicht. Geil. Okay. Ich hab jetzt Zugriff auf sein PC. Hm. Okay. Okay. Sollen wir ihm jetzt ein bisschen Zeit geben? Weil gerade ist er noch immer sehr... Misstrauisch. Was? Es leckt. Josef. Bitte. Hallo? Wo? Hallo? Wo? Jetzt? Ja, jetzt geht's wieder. Nee, es passt. Ja, was... Oh, jetzt... Ja, hallo? Hallo? Ja, es rauscht manchmal ganz komisch. Was soll ich jetzt machen? Äh... Ja... Was... Was... Was gibt's zu tun? Den... Wenn... Bei... Beim Mod hast du andere Mods runterlohnen und dann lustige Webseiten besucht. Mh... Ja... Also das ist ja hauptsächlich bei dieser Upload-Punkt irgendwas Seite, gell? Ja... bei dir ist das hier das war ziemlich seriös aus und wir haben als ablöpung bettet sich um geisteskrank und benutzt der kärle auf ablöpung also auf 9 ab schau das er hat das wort kloppen mir den 6 9 gut das ist sehr schlecht hallo wie disconnected und connected die ganze zeit ja ich, weil der Scheiß geht ach so jetzt ein Mod-Hoster da ist, schau, siehst du das rechts? da da probieren wir nochmal TeamViewer nein, das geht nicht wir müssen eine neue IP erstellen ich weiß nicht warte was, was war das Mod-Hoster? uploaded.net ja jetzt soll ich klicken auf Filter was? ja, ja, jetzt lass das so lass das so macht er gerade, weißt du, oder was? ja, ist er um hä? wie ist er bitte am PC? ist du nicht mal da? das macht keinen Sinn boah, jetzt verarscht er uns den sieht man immer auf der Kamera ja machen jetzt robotische Züge wir laufen immer ganz einfach nach unten und dann seitlich und dann sieht man sein Schatten nicht, gell? das ist scheiße, man du darfst nicht die ganze Zeit connecten und disconnecten du bist so ein Mongo der ist doch da der ist doch da ich bin kein Roboter nein, das ist es nicht, das muss man drüben, der ist andere ist er da? Bitcoin made 25% aber das oh, Kryptowahlreich oder geh einmal runter oh, wo bist du jetzt? pff faites mhm nữa haha 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 wie war es ist das wieder für eine ersch***e scheiße gewinnt für einzige uns hat 9200 gewonnen haha ja, warte geht nochmal ich glaube da musst du von dem oder das da ist was stor komp ja wie kommt bonus das ist glaube ich auch wir müssen das war nicht mit dem messenger weil da war schon eine virusmeldung da ist es auch wieder und da ist es war nicht er schließt wieder er ist man sieht ihn nicht mehr auf der fucking kamera da hat er sich irgendwas geholfen das ist scheißegal also ist aus das ist wirst ja wenn dann sagte heute kämpft dagegen er ist da hat sie heute auf den boden das hat man gehört und dann ist er wieder er tut er hat nur verhindern dass der bot die bros er nicht öffnet ja jetzt natürlich installiert ja ja lasse meine maus in ruhe Lass meine Maus in Ruhe! Nein, nein, das ist das nicht. Nein, das ist hier. Lass meine Maus in Ruhe! Das kann jetzt irgendwas machen. Da ist es. Da ist es unten. Ich habe auch ein bisschen Taub. Da unten ist er. Ja, dann akzeptiert. Ja! Nein! Ich schlafe! Warte, ich kenne... Nein, nicht kenne, ja! Ich kenne... Bin ich, bin ich, bin ich... Außen, bin ich... Ja! Was ist jetzt? Was ist jetzt? Was ist jetzt los? Da grinst du mir irgendwas vor. Das geht, das ist ja gar nicht so schlimm, Scheiße. Warum? Was ist das? Ja! Na, aber da kann man jetzt nichts machen. Mann! Gedacht, das ist viel toller. Aber vielleicht ist es trotzdem Virus, das weiß man nicht. Ja, war ja durchgestanden. Warte, wir müssen irgendeine lustigen Webseiten raushören. So... You are an idiot. Hahaha. Aber Mann, warum gibt es das nicht mehr? Warte, was... Hä, macht ihr ja grad was, oder du? Ich hab das grad... Er drückt das jetzt nicht weg. Bitcoin! You are an idiot. Hahaha. Jetzt hat er grad den Messenger runtergeladen. Geil. You are an idiot. Bumbler.cm Aber das ist jetzt keine Zeit dafür, das schnell einzugeben, glaube ich. Ich könnte höchstens Firefox öffnen und dann zwischen die beiden wechseln die ganze Zeit. Ja. Und oben... Nicht schließen. Bumbler.cm Nicht jetzt. Gut. Und jetzt Minus. Nicht X. Danke. Machst du gut, Werder? Nicht X! Nein! Nein! Jetzt hat er ausgemacht. Echt? Ja. Glaub schon. Na, bei mir läuft. Was ist das bei dir? Aber sonst darf er doch rausfliegen, oder? Na. Ähm. Kameras auszutagt. Ich glaub, er hat er ausgemacht. Was kann man denn hier... Im abgesicherten Modus. Hat er drin? Das... Ich glaub, dann hat er nicht mal mit Zugriff. Er weiß ja, dass er irgendwas machen kann, dass er zuschauen kann, den PC. Das weiß er. Das hat er grad auch gemacht. Leider. Weil sich... Dings geöffnet hat. Sehr stau. Schau mal auf Instagram, ob er irgendwas schreibt. Ähm. Warte. Aber nur, ob er schreibt, weil wir sagen dann... Ja, keine Ahnung. Wie du bist. So. So. Warten. Wie du es? So, das war's. Ich mag nochmal jetzt. Hals den Bogen überspannt, Josef. So, nicht. Jetzt reiz mir. So, gestern... Deine leeren Versprechung. Das mag ein Uro. Mhm. Da warte, dann komm ich auch gleich mal. Auf, Dings. Nein, er hat blockiert. Er hat blockiert. Oder? Oder? Weiß ich nicht. Hast du grad gesagt. Das wäre schlecht. Gut, bei mir geht's gerade nicht. You are an idiot. Ha, 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 ha. Du... Hast du was zum Essen? Ich? Mhm. Also, ich hab vorher grad gegessen. Hä? Was? Hä, warum? Äh, ja, vorher grad... Weil du musst das simulieren, als ob wir grad essen. Und... Dann... Ja, das kommen wir so. Ja, okay. Dann... Ja, er hat nicht blockiert. Er hat nicht blockiert. Starten. Doba. Es steht da. The fuck, man. Wir sind jetzt noch nicht da, gell? Weil wir brauchen... Er ist jetzt wieder online. Das heißt, das müsste eigentlich auch funktionieren. Gibt es wieder? Warte. Gleich wahrscheinlich. Wenn er es hochgefahren hat, komplett. Aber er müsste jetzt wieder online sein, weil... Warum ist er wieder drin? Das würde ja keinen Sinn ergeben. Abeditiert. Ah, 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 ah. Wie in der Sound, die Video-Chate. Der Depp. Ah, ja, er ist online. Er ist online. Er ist... Der PC ist hochgefahren. Er ist gemutet in Discord. Also passt alles. Warte, ich kann... Kann ich das jetzt einstellen? Kann ich die Auflösung bei ihm ändern? Was? Alles geht nicht. Wir sind die Auflösung bei dir. Also, wenn Sie es 15 minuten... okay ich glaube der pc wird neu gestartet und nein würde doch nicht ne 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 der muss jetzt ein passwort eingehen okay er dann ja Vielen Dank. 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 Ja, ich habe gerade von meinem PC aus sein PC neu gestartet und jetzt versuch es wieder zu verbinden, weil irgendwie war wieder das Discord-Problem. Irgendwas ist irgendwie uns aufgefallen, dass es merkwürdig ist. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Sollen wir schreiben? Sollen wir schreiben? Hallo? 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 Okay. Okay, er hat die Verbindung beendet. Okay. Okay. Oh, Mama. Oh, Mama. Ich habe das mal. Ich habe das schwarz-grau. Ich habe das nicht. Doch. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Okay. Ich habe das nicht. rei ja hallo hallo da muss ein blick ihm was für ein pin bitte ja keine ahnung es ist morgen nicht herr morgens mit eigen das so machen hier black lives matter dieses grau irgendwas bild mit hashtag slavery hashtag picture of the day hashtag follow mega follow back hashtag bauer hashtag charles menschen hashtag facebook hallo hr hr han Ich habe ein g'schlimmes Son wie der Tor. Okay, warte, jetzt muss ich schnell was überprüfen nochmal. Hallo? Ja. Wie der Tor. Wie der Tor. Wie der Tor. Wie der Tor. Boah. Wie der Tor. Wie der Tor. Wo ist das jetzt? Da. Okay. Wie der Tor. 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 öffnen schauen ob das drin ist und jetzt ja jetzt rechtsklick auf team viewer was da da ist doch team viewer vor dir da genau auf darauf rechtsklick auf team viewer jetzt löschen papier kopplieren das jetzt mal da unten auf zug leistet ja da zur suche text hier eingeben ja zur suche text jetzt team viewer oder ja da um ist auch auf team viewer und rechtsklick ja links unten unten da gibt es programm nein du gibst zur suche bei der zu ja gibt dort entfernen entfernen dann drückt enter enter jetzt drunter scrollen bis der team viewer ist scrollen t wie teamviewer rechtsklick links deinstallieren wo ist denn das supremo hin ist erst so aber und ja muss drücken hast du ja gedruckt warum ja das ist doch ja oder nein oder da steht möchten sie zulassen durch die diese app ja nein sonst geht es wieder nicht runter du hamperer wiederholen bitte schließen sie die teamviewer vor die vor der die nein nein das steht da jose du musst hast auf ja gedruckt ja ja wiederholen dann geht mal task manager ein installieren ja oder so ja ja gut ah das kommt wegdrucker technisches problem da na ja na was denn da technisches problem und dann senden ja jetzt einfach senden passt und jetzt gibt es da oben wieder ein teamviewer jetzt löschen da oben oder jetzt ist er gelöscht ja ja das ist er komplett runden jetzt er macht dann nice da ist das das fluchtblend das kannst du auch das ganz lustig kannst du nicht runterladen und teamviewer also nicht richtig das zwar runterladen aber das geht da nicht in ls rein also kann ich das auch löschen ja nur das doch 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 bei dem bruchtlern kann er x bei dem anderen nicht bei dem anderen nicht ja und dann hat plus mach einfach los nochmal runter ja aber das kann ich jetzt einfach weg ja aber das nicht das nicht vor allem da unten ist teamviewer immer noch offen wo ist denn da da drück mal drauf ah ja das team verliert noch drück mal drauf drück mal auf auf und jetzt beenden beenden ja ist weg ja 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 das ist der josef ich finde supremo besser na geht aber beides oder was ja oder die kommt die ja 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 aktiv herunterladen da passt nachher links klicken ausführen ausführen und dann auf ja 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 ich verstehe das nicht warum der soll eben nicht meinen apparat das konnte nicht alles das macht discord wer soll es dir erklären und wer hat sich da mit einem computer umgespielt jetzt gerade das ich komme aber nicht über team bio machen du hamperer was denn über was geht es denn gerade überhaupt ich verstehe gar nichts mehr und keiner hat so rumgespielt von uns von euch nicht aber irgendjemand hat rumgespielt wo wann wo was hast du es runtergeladen das habt ihr doch vorher gesehen was alles zu war und so weiter wir waren essen vorhin wenn du da meinst ja aber ihr habt es doch dann ziemlich wieder kommen setz wir haben nur gesehen dass dein pc nicht mehr online war weil du nicht da warst mehr wissen wir nicht da warst noch lecker bist du noch da? naaa dann warst du halt nicht mehr da ja mehr weiß ich nicht also du bist traurig ja was ist jetzt druck da unten auf team bio teichen auf was? auf das team bio zeichen und das oben kann ich weg tun oder? naaa ja minimieren ja ja genau und jetzt stimme zu fertig stellen ja ja genau so passt das aber ich tue jetzt keinen mods mehr runter warum warum nee jetzt beder beder lassen wir Zeit mit denen das jetzt ganz in ruhe du brauchst die nicht beschweren kein was jetzt auf team bio das kann ich schließen oder? ja ja team bio ding ja doppelklick oder so ja 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 das brautverlust okay aha wow richtig drum die amur ne steht genau dasselbe wie vorher drauf ja ja aber jetzt noch einen moment na na warte mal genau dasselbe wie vorher mh moment mh 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 johls raleigh wong g schau mal da steht unten nur lan verbindungen sind möglich siehst du dass ja vielleicht ist es ja das lan ist doch bei ihm ja ja ich weiß es nicht ich habe wieder gerne mal auf auf extra pp da auf verbindung muss links immer verbindung benutzerverwaltung jetzt glaube ich habe das problem optionen extra auf extras da eingehende lan verbindungen ja was ist denn das da ist so ein gelbes dings daneben drückt mal da steht ausschließlich zulassen da deutlich drauf deaktivieren deaktivieren sicher ja und jetzt okay wieso eingehende land von dem wort die war okay doch was das ja ok drauf du haben aber da ja wer ist denn da da habe derri toni bauer der toni bauer der toni bauer ist da ihr bett er bett er du hast du das wieder her du haben wir da so bläder du bist du jetzt mit dem bauer Tony Bauer! Peter! Der Vorstand ist da! Das ist jetzt Fußgedrückt auf Team Viewer! Tony Bauer, halt deinen Maul! Nein, Mann! Auch mit Tony Bauer! Druck auf unten, da das Zeichen! Was denn? Unten ist ein Zeichen! Team Viewer! Aber Hansi, das hat's gut gemacht! Mungo, du Huren! Ja, jawoll! Druck da unten auf der Taschenleiste! Na! Es war Pfeile! Bitte druck dir einfach! Team Viewer-Zeichen! Aufs Team Viewer-Zeichen! Du Huren-Zeichen! Du Huren-Zeichen! Du Huren-Zeichen! Geh mal auf zur Suche Text hier eingeben! Links unten! Und jetzt such mal Supremo! Ob das noch drauf ist, weil ich glaub das wurde gelöscht, kann das sein! S, wie Siegfried! U, wie Ulrich! Nein, gibt's nimmer! Ist das scheiße! Ja, Alter, geh da hab ich jetzt wieder runter! Jetzt brauchen wir doch das Supremo! Ja, holz mei, du Mungo! Wo ham wir da? Jetzt druck da auf das... Auf das Orang-Zeichen! Das passt mir gar nicht da! Der Vorstand ist da! Also jetzt wird ja nimmer bleidigt! Okay, okay! Lass dich! Lass dich einfach so! Ist das im Hintergrund? Lass dich einfach so! Ist das im Hintergrund? Ist das im Hintergrund? Jetzt wird ja kranzig! Jetzt passt... Nein, jetzt passt, glaub ich! Ich hau dich um! Lass dich! Lass dich doch! Warum ist der Hintergrund jetzt schwarz? Warum ist der Hintergrund jetzt schwarz? Warum ist der Hintergrund jetzt schwarz? Da spinnt irgendwas! Geh mal auf E! Auf das E! Vielleicht ist es deshalb E! Genau! Und jetzt drück mal X oben beim Team-Viewer! Nein, nicht beim Team-Viewer an sich! Im Internet! Genau! Jawoll! Jawoll! Und dann... Da oben! Genau! Genau! Und jetzt hätte ich gerne mal... Äh... Ja! Josef? Ja! Soll ich mal mit der Doni mit dem Bäder sprechen, oder? Über das 10 Euro! Dings! Bäder? Ja! Der Doni ist da! Ja! Was noch? Was man erzählt oben? Nein, wir haben mal Vorbäder vor dem Vorstand! Vom König! Ja! Servus, bin der Bäder! Ja! Ja! Und? Ja, und? Was? Ja! Was haben wir denn abgemacht? Was willst du denn machen? Ihr habt kehrt, ihr habt irgendwas abgemacht! Genau! Es ist abgemacht worden, dass... Dass ich dir 10 Euro geben soll! Jawoll! Und du mir dann... Und du mir dann... Äh... Stiefel... Das haben die ausgemacht! Also schon gescheit, oder? Ja! Ja! Das haben die ausgemacht! Ja! Das war schon drin, oder? Ja! Ja! Also... Ja! Äh... Das Ding ist halt jetzt... Äh... Das ist ja die Probe, also sozusagen der Einstieg... Das ist so wie die Taufe für die Kirche! Ja! Ja! Genau! Die 10 Euro sind halt der Mitgliedbeitrag, wie bei der Kirche die Kirchensteuer! Ja! Den muss man aber nur einmalig zahlen! Also pro Monat nur einmal, genau! Aber den muss man nicht jeden Monat zahlen, weil die... Wir tun da schon wieder umeinander! Weil die... Weil die Mitglieder sich abwecken... Gesell... Mit dem Zahlen! Okay! Genau! Also jetzt... Ich triff immer mit dem Doni und äh... Äh... Wir haben die 10 Euro und er... Haben wir da nicht, äh... Sozusagen! Und das ist halt der Beweis dafür, dass du was aushältst! Mit seinen Steuerstiefeln oder wir? Ja! Oder mit nur Stahlkappen, weil ich glaub der Doni, der ist momentan... Ein bisschen... Der hat nicht so viel Geld, weil... Corona und so und dem seine Stiefeln sind kaputt gegangen! Beim Stiefeln! Ach du hätt doch wohl... Dann... Dann leid zum heut welche! Was soll das? Aber das Problem ist... Der hat... Stahlkappen klang er! Stahlkappen hat er! Stahlkappen Stiefeln war ein bisschen! Ja! Ja! Das stimmt! Das stimmt! Aber... Stahlkappen hat er! Der Stahlkappen Stiefeln? Er wird er wohl Stiefeln haben, wenn er einen Steuer hat! Der Doni Bauer ist kein... Na ja, ist der... Er ist halt... Er ist halt... Ja, er ist mehr so... Bauer, der bei anderen arbeitet! Aber... Ach so... Ist klar... Ja okay... Er hat keinen eigenen... Nein! Ich hab keinen eigenen Hof! Er hilft nur bei anderen aus! So! Ah! So! Ja! Jetzt... Warum... Aber... Was ist denn jetzt schon wieder los? Wieder... Jetzt da untereinander drückt! Das bist du, Josef! Von jetzt her auf! Das war ich gar nicht! Jetzt geh mal auf das E! Das war ich gar nicht! E! Und dann auf das Plus oben! Das war ich gar nicht! Das warst du schon! Na! Woher warst du das? Und jetzt auf... Das Plus oben! Weiß dich gestern schon dafür entschuldigt hast! Und jetzt auf... Das Plus oben! Und jetzt auf... Das Plus oben! Was ich für die Pest! Jetzt auf welches Plus? Äh! Jetzt... Ja! Oben auf das Plus bei den Task-Sachen da oben! Ja! Genau da! Jawohl! Und jetzt geben sie Supremo ein! Oder... Warum denn? Ich hab da einen Teamführer! Der bleibt doch! Na, der Supremo ist... Der macht ja was anderes! Nein! Kein Teamführer! Äh! Kein Supremo! Kommt mir nicht ins Haus! Nein! Ich habe Teamführer! Nicht doppelt und dreifach! Okay! Ja! Wenn du meinst... Ich bin... Aber... Ich bin halt der, der weiß, wie es geht, gell? Jetzt steht... Herzens aufbauen, haben wir die Video! Tobakon! Job Depot! Wieder... Boy... Ich meine Gott... Die krieg'o wohl Geld, gell? Prä, BB... Trä, Bo wieder! Ist er jetzt verrückt geworden oder was? Was? Ja! Ja! Wer magst jetzt an Mod und Unterlohn? Nein! 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 Da kennt man nix! Ich bin da fairer! Ich habe immer jetzt schon dreimal versucht, um eins runterzuladen, immer! Ja! Ja! Ja, Toni! Hast du noch was zu sagen? Nein! Eigentlich nicht, hör! Nee! Ja, aber magst du noch ein bisschen mitnehmen? Juni, das ist einfach... Der... 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 Ähm... Hat sich da mit dem PC von mir... So kurz geschlossen, dass... Dass er den steuern kann! Und... Ich mag den Scheiß nicht! Das soll er wieder rückgängig machen! Nein! Das glaube ich aber nicht! Das kann ja gar nicht! So Scheiß ist der nicht! Kann ich nicht! Die ganze Zeit wird meine Maus bewegt! Die ganze Zeit! Ohne dass ich das mache! Das ist ein Discord! Das ist ein Discord! Das ist ein Discord! Das ist Discord? Nein! Ein Discord... Nein! Das ist ein Discord! Weil es Discord nicht auf meine... auf... 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 Ähm... Ja... tunis jünger der tod ist 17 aber mental ist er der älteste würde ich sagen der josef ist wahrscheinlich der jüngste das große der josef ist ein richtiger geschmarrage ja auch jetzt josef josef ja jetzt auf was mache ich will fix er jetzt auf so was soll jetzt machen ja was wollen wir jetzt machen eine spiele ansteigen und spielen ja oder wie oder was josef ja oder wir könnten im browser spul spulen weder eine andere art von spul oder hast du ja was denn ja gib mal ein punkt punkt das ist ein lustiges spiel schlitter punkt sli th e r o schlitter sli th sli th sli th sli th im schreibt es nicht nur sl nicht mit ch liter sli th e r o schreibt es noch gar nix sli ther jo ja das literio genau das ja ja genau dass das lied da unten siehst es sli ther punkt i o da drückst du drauf bist du nah nicht es einst drüber na ja passt nicht da würde ich raus zurückgehen einmal wie bitte ja auch jetzt einst drüber sli ther so eine kostenlos doch das ist kostenlos da hat drückt darauf nicht die prozess optimierung des sli ther punkt i o des menschen doch dieses geil drückt mal drauf da kannst du dich sogar bäder nennen wenn jetzt noch mal die maus von mir bewegt wird sli ther punkt sli ther punkt 1 drunter besser besser desto na eins drüber ja was jetzt na das ist da ist doch in der mitte ein was wo daneben steht diese seite übersetzen bäder ist bester ja genau gut blättes warte 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 98 ja jetzt kannst du deinen namen eingeben wieso meinen namen ich gebe meinen namen jetzt doch nick name das ist ja das ist cyber mobbing wieso polizei da kriegt der anzeige wenn man die bäder ein oder peter escher oder so ja das geht jetzt sprüßt mit warten let's schau das bist du du bist fertig er war bäder 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 ok er ist praktisch der pc nicht oder hallo servus bäder wieder dort ich weiß es auch nicht plötzlich sei zweck du warst auch weg das ist ein scheiß spiel nein das ist ein gutes spiel nein das ist ein scheiß spiel das ist von den top 10 spiele nummer 3 geworden ach komm hör auf bitte frage an josef das ist ein witz und kein spiel ja naja aber gutes spiel gut ist schon gib mir recht ja und der gröle gubbar geht geht bitte geht geht so was wolltest jetzt machen was willst du machen wollen wir eine fragerunde machen von mir aus ja fang an du hast eine frage du an alle jeder fragt immer an alle also wer von euch da hat die stiefeln was ich also ich bin ja eigentlich der oberstiefler also aber ich mag es nicht gerne gestiegen ja 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 ich tat mich schon einmal stiefeln lassen jetzt lass meinen ja auf jetzt gut sie fix aber was machen die denn verzeih es mir josef hör auf mit ich bin des konis ja bei der jetzt fragst du eine frage bitte na macht sie erst einmal ich mach zum schluss ok ja tone irgendeine frage also ich war der mit der sie stiefeln lassen ja 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 wie geht es denn überhaupt ja ja soweit ganz gut ja ist doch schön zum herrn geh wie geht es denn dir ja es passt schon passt schon ja hast du viel arbeit zurzeit ja es geht eigentlich wegen coronas gar nicht zu viel los ja du sagst doch immer du hast zu viel zum tun der tone nein ich doch nicht ja doch bis jetzt gar keinen kontakt nicht nein 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 da ist er wieder komplett durcheinander richtig der josef sagt immer dass es so viel zu machen ja 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 du schaust aus wie ein hamster ha ha das war fall nicht nett das ist nicht nett na er schaut aus wie ein hängebauschwein oah 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 doch ihr habt doch einmal einen anruf gemacht oder ja naja ja dann frage ich noch die finale frage andré rieu oder DJ Ötzi das dann fragen André Rieu war ein Weltstau der ist immer noch ein Weltstau auf der Geige aber DJ Ötzi macht halt gute Stimmungsmusik ja DJ Ötzi DJ Ötzi ja und Doni was sagst du André Rieu ist ein Weltstar ja aber der Ötzi aber es gibt mehrere auf der Geige die sehr gut sind mhm also ich mag auch ein deutlich aber DJ Ötzi sag ich auch also ich bin ganz ehrlich am besten auf der Geige findet ihr immer noch David Garrett gell richtig hast du recht ja ja das ist der Teiche ja der ist der sehr gut richtig der ist sehr gut vor allen Dingen spielt der auch moderne Sachen ja genau genau und Peter jetzt musst du deine Frage stellen ich hab schon Bock gestellt jetzt ja aber jetzt nein du hast da gar keine mit dem Donibauer keine einzige wie schauts aus was willst du von uns wissen ähm ich hab euch ja schon ein paar Fragen gestellt also ich hab uns eigentlich doch eigentlich 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 soweit ähm ja 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 und zwar ähm was was ähm was der zu am liebsten Tone wie meinst du geht das spezifischer oder allgemein was ich mein was das kann Autofahren das kann Pullo gefahren das kann Pullo gefahren tue ich gern ja tust das am liebsten es geht darum ob es das am liebsten das tue ich am liebsten ok ich tue am liebsten schlafen ok und der der Doni der fährt am liebsten Motorradl ja Motorradl? was sagst du denn sonst? ja so ein 125er alt cool was äh mehr so KTM mäßig oder na das ist was ganz anderes es geht mehr in so in die hale Richtung so ein UM Renegade ah ok ich mag mehr der gemütliche ja genau genau mehr der gemütliche ja genau so schnelle Motorradl sind auch schön aber ich habe einen Onkel der kennt sich ganz gut mit Motorradl aus und der sagt halt dass so ein Straßenmotorradl ist zwar was feins aber du kannst halt einfach nicht langsam und entspannt fahren deswegen ist man eigentlich sowas ja Harley ja aber Harley gibt es halt keine 125er das ist halt das Problem gell ich weiss schon aber wenn du 18 Blut kannst du auch nicht wenn du das Klogeld hast ja das Geld fehlt halt gell ja genau das Ding immer das Klogeld fehlt dabei ja und 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 du Hansi mögst du auch mal irgendwie was weiß ich du musst dir jetzt dann was für einen Führerschein machen den Bullock Führerschein ja kommt als nächstes oder wie ja ok du machst hast du nicht einen Mofa nein da kann ich gleich den Bullock machen dann kann ich auch einen Mofa fahren oh ja aber du darfst früher fahren als Bullock ja aber dann muss ich zwei nein das macht keinen Sinn ja aber wieso denn Bullock muss bis auf 16 warten ja ja 15 ich darf es machen nein mit 16 nein du schlau mal ich will 15 mit Sondergenehmigung mit Sondergenehmigung die Sondergenehmigung kriegt du aber nicht weil du Bullock doch nein kriegt er so weil er Landwirtschaft hat ja aber die kriegt er nur wenn jemand wenn keiner in der Landwirtschaft sonst dann darf er mit 14 machen ja ja nein ja ja dann soll er damit machen ist doch auch ok nein mit 15 ja passt schon schön in Ordnung du hamperler du wenn du meinst bis in Ordnung du hamperler du Gleisiger du was nicht du was du du grüß dich ah ja ja grau dass ich wieder eine Perche trauen ok ok der ist die schon dran ähm ja jetzt habe ich meine Frage gestellt es hat sie wieder drauf ja ja der Doni oder oder wer hat vorhin begonnen also der Doni der ist aber gerade am spielen gell ja dann der Hansi wo ist der Doni äh survive io das ist auch so ein Browser game das ist ganz lustig ja ja also das das war ja gar nichts das ist ja das war mager ja es waren top 10 Spiele wenn das unter die top 3 top 3 das war dritt ja 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 unter die top 3 von den top 10 ja ja äh tut mir leid das tut mir leid da treten sie bei mir ein Gurgel um was sind denn die anderen für scheiß Spiele auf der ich hab's gesagt naja ja ja das ist ja so das ist ja wirklich ein dummes Spiel ja aber die Jury die war unabhängig gell also ja aber das ist doch bloß eine Raupe die wo eine andere fängt und das war's das muss man studieren das Spiel da gibt's ja ja das muss man sehr studieren alles klar ja äh jetzt frage eh katholische oder evangelische Kirche katholisch natürlich ok katholisch kurisch hans ja ganz klar also ganz klar ja ganz klar sag halt ja ganz klar die muslimische ja ja alles klar also ich sag auch äh auf jeden fall protestantische muslimische protestantisch alles klar ja 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 josef jetzt bist du wieder dran frage ne der toni hat noch nix gesagt also also ja also katholisch selbstverheilig wirklich doch klar oder war ministrant ist doch logisch das ist doch logisch dass man da äh dass man da katholisch das ist also hey wir sind in bayern er hat auch hat sie dann der pfarrer mehr was wird man dann ist das nicht ihr verabweil nein wieso www das war nicht mehr Nein, das war nicht so einer wie du meinst. Nein, war das kein letzter? Der Pfarrer? Ja, ich hab mehrere gehabt. Waren die alle netz oder war er besser dabei? Der erste war besser, der hat Schellenvertrag. Okay, kennst du den Pfarrer Bartmann? Mit wem kenn ich? Ein Pfarrer Bartmann! Nein, kenn ich nicht. Kennst du eine Frau Korb? Korb? Bettina. Aber die ist evangelisch. Schaut man nix. Die wohnt in der KZ, die ist da, die Frau. Ja, in der Kirche. Nein, die sagt man nix. Okay. Warum nicht? Ja, was soll's mir denn sagen? Ja, vielleicht sagt Servus Pere. Ja, kommt die da her von uns? Nein. Ich glaub Weix. 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 Was hat Allershausen mit Weix zu tun? Nein. Die haben die Werkstatt. Werkstatt haben wir. Kommst du mal hin zur Werkstatt. Werkstatt Weix. Werkstatt Weix. Werkstatt. Und Peter. Du, der Stiefelverein. Wir machen jetzt dann mal eine Feier in Schwabhausen am Baubon. Was möchtest du denn da? Feiern. Feiern. Ja, aber... Wir haben... Warum im Schwabhausen? Weil in Schwabhausen... Einige Mitglieder sind. Ja, einige Mitglieder. Und da haben wir einen gescheiten Baubon. Weil der ein Mitglied von dem der Bruder, der ist der dem der Baubon gehört. Ja. Ja. Okay. Ja, aber Schwabhausen. Da bin ich Schwabhausen. Ja, gut. Von mir aus. Da kommst du dann auch mal. Ja, wenn ich eingeladen bin, komm ich ja. Toll. Ja, du bist ja so... Ja, wenn der Doni... Wenn das passt, oder Doni? Wann möchtest du das machen, Doni? Mal schauen. Ich bin grad eher wenig konzentriert. Also so... Ich bin grad... Im Spiel ist er grad. Ja, dann spiel erst. Fertig. Und dann konzentriert du dich. Ja. Ja. Nächste Frage. Äh... Spiele wird umeinander da. Nächste Frage. Soll ich? Mhm. Mathematik oder Physik? Ganz klar Mathematik. Ganz klar Mathematik. Ganz klar Mathematik. Ganz klar. Ja. Physik, Physik. Na. Na. Du bist ja Physiker. Also ich nicht. Äh... Mathematik. War mein Lieblingsfach. Mathematik? Mhm. Sport und Mathematik. Äh... Und Religion auch, oder? Wieso Liebling? Na, warum? Weil ich Ministrant war. Ja. Das hat Dominik's zu tun. Ach so. Ja, na ja. Hätte ja sein können. Und du bist echt Protestant. Naaah. 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 Naja, das denk ich mal schon. Bist Katholik, oder? Ja. So wie's Baaah. Ja, da, 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 der Josef muss eine Frage stellen. Und dann muss der Bäder eine Frage stellen. Mhm. Ja. Ja. Ja, der Josef, auf geht's. Lange Gummihandschuhe, oder? Oder Gummihandschuhe, oder? Das hat er gestern, ja. Habe ich schon gefragt, aber... äh... 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 Lange, oder? Ja. Auf jeden Fall. Da bin ich definitiv dabei, so, ja. Lange Anschlüsse sind schon besser, gell? Ja. Ja, die lange Dicke sind besser als kurze Dünne. Ja. Ja. Ja, und jetzt... Ja, und jetzt... Ah, zum Zugreif und so weiter, kann ich sagen. ETC, ja. Ja, und Bäder, ist das jetzt deine Frage? Was ist meine Frage? Ja, du musst deine Frage stellen. Ah, so meine Frage. Jetzt, ich hörts doch mal auf, bittchen da umeinander zum Tor. So fix dauernd wird meine Maus bewegt, hey. Also, ich mach nix. Was ist deine Frage? Ja, freilich... Immer wenn du sagst, ich mach nix, dann bist er's. Dann soll er sagen, dass er Schuh ist, okay. Ja, weil... Ich bin's, ich bin's. Jetzt... Lass die Maus in Ruhe. Ja, das ist deine Frage. Ähm... Ich zieh fix jetzt, wenn die Maus nochmal bewegt wird. Ähm... Hart oder weich? Hart oder weich? Hart oder weich? Mhm. Auf was bezogen? Genau, das würde ich auch fragen. Zum Beispiel Stiefen? Wie? Na wen schon, den schon, gell? Das sag ich auch gerne, ja. Oh! Oh, hot! Hart! Hart! Auf jeden Fall! Alle drei. Ja. Okay. Jetzt hat sie wieder Druck. Ja, äh... Wie ist der Doni? Ja, der Doni, der spielt. Außer er kann schnell eine Frage sich überlegen. Ja, anscheinend nicht. Äh... Was für Musik? Okay, ja. Was für Musik? Also, ähm... Ähm... Rock höre ich sehr gerne. Jawohl. Ähm... Ja, Rock höre ich sehr gerne, sage ich jetzt einmal. Ähm... Und auch so ein bisschen was, so... Was halt momentan gerade angesagt ist, sage ich mal, das ein oder andere... Oder auch ein bisschen eine Stimmungsmusik, das muss auch mal sein, ne? Ja. Ein bisschen eine Stimmungsmusik, bitte mal. Wir gehen Metal und Modern Jazz. Du bist Metal, ja? Ja, schon. Ehrlich? Ja. Welche Gruppe? Ähm... Ich mag Trash Metal, also System of a Dawn. Wow! Trash Metal, ne? So hart. Der ist ein harter Bursche, der Doni. So hot, äh... Nein, so hot nicht. Ähm... Ich habe eine Lieblingsgruppe früher gehabt, die waren Skorpians. Und... Ja, ja, ja. Ähm... Moment of change, zum Beispiel, das fällt einem natürlich als erstes ein, gell? Ja. Zum Beispiel. Ist aber nicht... Ist aber nicht eins ihrer Besseren. Gibt es viel, viel bessere. Aber es fällt einem halt ein, wenn man halt so... Ja, ja. Ist richtig, ja. Das fällt einem so weit. Ähm... Ja, ich hätte auch noch eine Frage. Ja. Vorisch oder Hochdeutsch? Hochdeutsch. 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 Ich will... Nein, ich weiß nicht so genau. Also, ich meine, ich habe nichts gegen Hochdeutsch. Vorisch ist schon okay. Alter, der Doni, der hat Verwandte aus... Thüringen. Thüringen. Was heißt Thüringen? Jawohl. Okay. Ja, warum auch nicht? Ist das ja nicht schlimm? Ja, ich und der Josef, wir stammen ja aus Nigeria ab. Äh, der Opa, der war schwarz. Ja, ja, ist ja schon in Ordnung. Komm, erzähl mir nicht so ein Schmarrn. Was glaubst du, warum wir so groß sind? Und auch nicht da nur. Ja. Jetzt. Josef, her auf jetzt. Es reicht. Ich bin der. Das war sie. Na, das... Ja. Ja, Josef. Ich bin nicht da. Oh. Du bist mit der Frage. Nein, ich bin nicht da. Du bist mit der Frage. Ja. Josef, du bist mit der Frage dran. Josef? Ja. Apple oder Samsung? Boah. Hä? Apple ist er, äh, äh... Apple hat nix... Ja, Apple. Apple, ne. Apple besser. Samsung. Ich sag Apple. Nein, bei Apple ist, ist iOS und ich mag lieber Android. iOS. Aber das ist geil. Ich mag lieber Android. Ja, Apple ist besser. Tony? Selbstverständlich Android, ja. Schon, okay. Okay, dann habe ich jetzt eine Frage. Ein sehr, sehr gutes neues Handy von Samsung. 51er. Das passt. Das ist vom Preis-Leistungsverhältnis ein super Handy. Also ich habe aktuell das A50. Jetzt gibt es das 51er und das ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Hervorragend. Das kostet nicht einmal 200 Euro. Und kann wirklich fast genauso viel wie ein iPhone 11. Dein Mursa. Nein. Nein. Ja, also Heinrich Himmler oder Josef Goebbels? Das hast du gestern schon gefragt. Nein, das habe ich nicht gefragt. Ich habe Josef Goebbels nicht gefragt. Keiner von beiden. Nein, Antwort. Keiner von beiden. Antwort. 91er, Herr Goebbels. Also ich bin für den Herrn Goebbels. Eher Goebbels als Himmler, aber... Ja, schon Goebbels. Der Goebbels war ein guter Mo. Und du, Tony, was sagst du? Ich halte mich bei solchen Entscheidungen draus. Das machen wir nicht. Das ist ja. Also, beides kommt man nicht in die Tüte. Ja, und dann... Rechts oder links? Ja, ich sag mal so, rechts vor links. Nein, rechts oder links. Ich sag mal so, rechts vor links. Nein, es geht jetzt mehr um die Richtung... Mathematik, ja. Nein, bei den Parteien. Die X-Achse geht nach rechts. So, ich sage auch nach rechts. Eindeutig. Eindeutig. Mathematisch rechts. Rechts. Einmal rechts. Die drei Kommunisten da. Die sind rechts. Und du, Hansi? Ja, rechts, auf jeden Fall. Und Tony? Ich bin neutral. Ich kann mich da nicht so gescheit entscheiden. Sehst du das? Ja, ich bin nämlich eine... Nein, die Frage war rechts oder links? Ja, aber meine Partei ist in der Mitte. Welche ist das? CSU. Die Freien Wähler, wo es doch einmal Gemeinderat werden sollt. Die Schwarzen haben einen leichten Hang zu rechts. Hä? Ja. Das stimmt so. Die CSU hat einen leichten Hang zu rechts. Die Nigerianer, die sind auch eher fürs Land, ja. Das ist ja nicht schlimm. Ja. Einen leichten, einen leichten Hang ist ja okay. Mhm. Ja, ja, ist nicht auch so, auf jeden Fall. Oder Tony? Ein leichter Hang ist ja okay, oder? Ja, solange es denn radikal ist, ist mir das ja wurscht, gell? Ja, also, ich sage mal, Skinheads, nein. Ja, sowas geht sie nicht. Äh, äh, ja. Sowas geht sie nicht. Nein. Bäderfrage, du musst jetzt Frage fragen. Ich habe gerade gefragt. Okay, dann frage ich jetzt. Ähm, Alice Weidel oder Beatrix von Storch? Was, die Weidel oder die Storch? Von Storch. Ach, die von Storch kenne ich überhaupt nicht. Und die Weidel, die ist Linkspartei? Linkspartei überhaupt nicht. Okay. Ja. Ja. Und was ist die andere? Ja, das ist die von Storch. Ja, und welcher Partei ist die? Ich glaube, die ist, äh, Grüne. FDP. Grüne FDP. Liebe, SPD? SPD, ja. Ja, da ist meine SPD noch lieber links. Ja. Ja, also ich, ich sage trotzdem, ja, auch von Storch auf jeden Fall. Lieber ist die Weidel, die linke Sau. Ähm. Du bist dran, Josef. Ich überlege mir schon gerade eine Frage. Ja. Josef, du bist dran. Josef. Äh, Scheuter oder stufenlos? Scheuter. Scheuter. Nein, ich sage eher stufenlos, nee. Ich mag auch lieber das, äh, Schaltgetriebe lieber. Äh, du, du, du legst das jetzt auch noch auf das Schaltgetriebe, ja. Äh, das stufenlose, ist ja bei den neuen, äh, Bulldogs alle, ganz normal, sage ich jetzt einmal. Die haben ja alle das stufenlose, aber, ähm, ich habe auf dem Schalter gelernt und, äh, warum soll ich, und ich fahre gerne Schalt, ich möchte gerne Schalten, aber bei Auto fahre ich gerne Schaltung und nicht Automatik. Ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Ähm, deswegen sage ich jetzt auch mal Schaltung. Was sagst du, Doni? Äh, ich fahre ganz gerne einen Schalter. Also ich habe das nur selber im Griff lieber. Ja, sehe ich auch so. Der Josef ist also mehr der Gemütliche, der, der, wo sie fahren. Ja, der ist auch fetzenfett und fett, der ist aber fett. Der, wo sie fahren lässt? Ja. Gell, Josef? Ja, das ist einfach, wenn's, wenn's 12 Stunden fahrst, oder, oder 2 oder 3 Stunden, ähm, tut der Hand vom Schalten weh. Das ist schon richtig, bloß du darfst nur 10 Stunden fahren. Das, du sitzt so, wie du sollst, man, das ist gut bei Landwirtschaft nicht. Dann kannst du, äh, äh, den ganzen Tag durchfahren, kannst du 50 Stunden an einem Tag fahren. Doni, stimmt das? Ja. Doni? Also, ich fahre halt immer durch, gell? Also, bei uns wäre das jetzt nicht so genau drauf geschaut, ich glaube, mit 10 oder 12 Stunden Arbeit. Ja, das ist gut, die auch nicht in der Landwirtschaft. Was ist, wenn du jetzt für jemanden fährst und fährst länger als 10 Stunden? Dann ist es auch Landwirtschaft. Dann ist es leider nicht so, weil dann hast du einen Auftrag angenommen. Nein, das ist kein Auftrag, weil ich arbeite immer sonst für ihm. Und das Finanzamt kriegt das niemals mit. Und der schenkt ihm dann nur Geld, weil er ist lustig drauf. Ja, das ist ein guter Spätzle, der schenkt dann mir Geld und... Ja, das wird in der Landwirtschaft sowieso nicht. Hey, wenn der 14-Jährige halt so nach Wulofahrt sagt, da kann er was. Ja. Sagen wir, mit 13 schon nix, wenn du groß bist. Ja, Peter, jetzt deine Frage. Das ist so. Das ist, wie sie ist. Oder, Doni? Nein, da sagt er nicht, oder was, das juckt doch gar nicht, gell? Keine Bullerei, das juckt doch gar nicht. Wenn du einigermaßen groß bist, sage ich jetzt einmal, dass du alles im Griff hast, dass du deinen Bullock im Griff hast, ja, auf jetzt da. Dann passt doch das. Ja, dann ist doch das okay. Ja? Und sonst juckt das kein. Äh, meine Frage. Ähm... Ähm... Handy oder Tablet? Tablet. Ich hab kein Tablet, nicht, deswegen... Jetzt, jetzt, hör auf! Äh... Ja, Mann! Jo, hör auf mit dem Schmarrn! Du, das weg jetzt! Du, das weg jetzt! Ich hab' ne Frage gestellt, Handy oder Tablet? Ja, Handy! Handy! Tablet! Wieso Tablet? Versteh ich nicht! Was willst du mit so'n Tablet? Ja, der Josef, der hat Probleme mit dem Sehen, auf jeden Fall! Ja! Ich sieh' nicht so gut, und da ist das recht drum groß, und da passt das! Ach, schmarrn! Tablet ist schön kompakt, kannst du überall mitnehmen! Ja! Ja! Eben nicht! Genau das eben nicht! Du steckst deinen Hosen rein! Ja, ja! So ist es so! Lederhosen vor dir rein! Ja, vor dir rein! Vor allem kannst du mit dem Tablet zu gut telefonieren! Ja! Ja! Ja, wundervo! Ja! Also vergiss das! Du bist mit dem Tablet! Heizel, heizel, total out! Naaah! Oh, mittlerweile out! Naaah! Der Tablet wurde mit dem Tablet vorgezogen! Naaah! Der Tablet ist mittlerweile schon out! Das ist so! Das ist nicht mehr in! Naaah! Immer so wie es war, sagen wir es mal auf jeden Fall so! Das kann sein, ja! Weil die Handys immer mehr, immer mehr können, immer besser! Und... Aber die Tablets auch! Ja, aber... Ja! Also ich bin einfach von der Praktik... Von der praktischen Seite... Praktisch sag ich, ist ein Handy besser als ein Tablet! Ja! Ja! Naja! Ja! Doni! Wie siehst du das? Halt! Handy einfach, gell! Ja! Ja! Sieg ja so! Ja! Antifa oder Pegida? Was? Antifa oder Pegida? Antifa! Oder Pegida? Antifa! Antifa weiß ich jetzt nicht, was das ist! Also... Ja, okay! Ja! Pegida, ja, weiß ich! Aber Antifa weiß ich jetzt nicht! Näh! Warum näh! Ja, dann RAF oder Pegida? Pegida, ganz klar! Okay! Also nicht RAF! Okay! Ja, schade! Ja, ist ja rechts hoch 5! Okay, ja! RAF ist ganz rechts! Ja, doof! Ja! Der Adolf war links! Aber... Na, da... Aber, äh... Ja, äh... Josef, Frage? Na, achso, ja! Hm... Pint oder Joni? Fint! John Dere! Aber Ferguson ist der Beste! Ich sag ganz klar, Fint! Oder Gorkorn! Gorkorn? Der Hansi ist schwul! Na! Wird schon Dere, der zirkt! Na, das ist ein Scheiß-Kibbi! Na! Na! Doni, was sagst du? Fint ist schon geil! Ja! Das ist Boise! Sag ich auch, Fint ist geil! Aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis sind sie verdammt! Ach, der! Deier, der Hund! Verdammt! Na, das ist aber, das fasst so ein Sprit erloi schon wieder! Ja, aber der Find ist schon verdammt, naja! Das ist schon... Ja, das macht aber nix! Qualität hat seinen Preis! Aber da, wenn du in der Größenordnung einen Case nimmst, hast du dieselbe Qualität, also wirklich... Ah, noch der Case, der Scheiße, also... Der Case, der zirkt nix, den hat der Anibauer anziehend verwegt... Und der Gorkorn, der Gorkorn, okay, der Gorkorn zirkt! Also der Puma zirkt so gut! Der Gorkorn? Na, bist schon mal eingefahren! Nein! Nein! Der Gorkorn, der... Der Gorkorn, der 165 kann ich dir jetzt überhaupt nicht her! Na, das ist ein Klum! Sagst du, Doni? Find! Ja, sag einfach nur Find! Find im Allgemeinen! Find, was? Nur Hansi? Ja, schon dir! Schon deri! Und du? Und du, Josef, Find? Ja! Hast du selber einen? Ja, hab ich dir das schon tausendmal gesagt! Ja, was für einen? Achso, ja, genau, und sind 24er, gell? 24er ist, oder? Ja! Werder? Mit dem Bereich haben wir eigentlich gar nicht, aber wir haben halt zu viel Geld! Ja, das stimmt! Aber eigentlich auch nicht! Doni, wir finden's denn die alten Fans? Die Eckigen? Schön! Sind schon schön! Find, ja! Oh, find, ja! Oh, find, ja! Teilgisch! Seine, seine Augenschmaus, bin ich ehrlich! Find, ja! Die Fend Pharma sind wirklich... Ja, Favorit, die Braust, da! Fetten Favoriten, 100! Okay, das war's! Okay, Bräder, jetzt bist du aber wieder mit der Frage dran, gell? Ich bin, ich wieder mit der Frage dran! Gerade vorher hab ich's noch gewusst! Mandel oder Weibal? Mandel! Mandel oder Weibal, hab ich gesagt! Ja, Mandel! Ja! Mandel! Alle drei Mandel! Na, der Josef nicht! Oder... Josef! Josef, Mandel oder Weibal? Mandel! Echt? Hansi? Hansi? Mandel! Doni? Jetzt auf was bezogen, so, gell? Jetzt kannst du jetzt aussuchen! Also, im Prinzip ja schon mal Weibal, schon, gell! Mandel, Dertl! Also, Weibal! Ja, schon, gell! Gell? Okay, ja! Dann... Seid ihr wieder dran? Hansi? Du bist dran! Warte mal! Dann muss ich gerade überlegen! Äh... Peugeot oder BMW? Wenn ich's Geld hätt, äh... Wenn ich's Geld hätt, BMW? Dann fährst du, Peugeot! Ich fähr'm Peugeot, ja! Aber du hast dann kein Geld, arbeite mal mehr, da! Fauler Hund! Ja, woher Recht hat er recht, gell? Ja, hat er nicht recht! Pfff, hat er bei Weitem nicht recht! Aber nein! Ist, ist, ist eine andere Geschichte! Also, ich bin auch auf jeden Fall Peugeot, weil Peugeot hat der Bader! Das passt halt! Toni, was machst du für ein Auto? Mal! Ein Audi? Nein, also, ich bin Fan von Amikon! Von Amikas? Ah! So wie Musikrichtung, so ein Auto, so ein... Finde ich gut! Gummisch, die Fähne! Moos! Ach, du bist das, Hansi! Nein, ich bin das nicht! Das ist der Rhythmus! Was machst du denn da jetzt? Au, heilig am Boden! Ich bin hier! Jo, ähm... Also, Amikas, in Wurst? Also, ich mag mal in Deutschland. Oh, das ist in Wurst! Ich bin hier, Frau! Ähm... Öhm... Besser. Besser, geh einmal auf Discord. Nein. Geh einmal auf Discord. Nein, geh jetzt nicht mehr auf Discord. Warum denn? Ich mag was zum Einstein. Nein, es gibt nichts zum Einstein. Nix! Ja, du bist! Ich hab hier 15 Hände nicht! Wo ist hier? Hallo? Oh Mario, was ist das? Na! Oh, die ist ja voll idiot! Ist er weg? Na, er ist oben! Du musst wieder in den Channel 2, die fette Sau! Aber ihr habt so viel gemeinsam, Doni! Das ist geisteskrank! Was meinst du, warum ich das die ganze Zeit gemacht hab, Junge? Geisteskrank! Die 10 Euro sind da, ich sag's dir! Du gehst 10? Nein! Hab ich kaum Bock nimmer! Warum? Was? Bäh? Tone? Für'n 10er? Tone! Oh man, ob! Was? Ja, jetzt gibt er nimmer! Der Bezirk, der so Kasterlauf, der Grund! Nein! Jetzt macht er Disko, du! Jetzt hat er's ganz zünger! Das ist so ein Mongo! Das ist geisteskrank! Da ist das IQ einfach nicht vorhanden! Das ist echt der Mann! Jetzt klickt er auf den Ton im Brauer! Oh, der schiebt dich! Kommt gleich! Laut! Laut! Jetzt... Jetzt... Ich bin nicht so eine, doch genau! So eine bin ich! Der schimpft sich da oben, die Leiber auszusehen. Was, du hörst es? Nein, jetzt hat er ausgebrochen. Was ist denn das für Scheißmusik? Follow for follow. Follow for follow? Hashtag slavery, Hashtag picture of the day, Hashtag follow for follow back, Hashtag power, Hashtag Charles Manson, Hashtag support, Hashtag Churchill, Hashtag Osama Bin Laden. Ich muss jetzt dann ins Bittigen. Oh nein. Ohne Bauer haben sie schon gelernt.